Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 213 vom 5. November 2020. Hier meldet sich aus dem Lage-Studio das Team Schlafdefizit. So sieht es aus, die USA haben einen neuen Präsidenten gewählt, wir waren alle live dabei, aber ehrlich gesagt wissen wir immer noch nicht, wie der neue und oder alte Präsident heißen wird. Joe Biden oder Donald Trump, so viel ist sicher. Habemus Präsident, da muss man ganz klar sagen, no. Philipp Banse und Ulf Burmeier heißen euch herzlich willkommen. Philipp ist der junge Mann, der angefangen hat und ich bin der andere junge Mann. Und bevor wir jetzt hier sinnvolle Dinge von uns geben, haben wir noch eine kurze Unterbrechung für euch. Ich liebe das Rheinische. Was haben Klimaschutz und die Bekämpfung der Corona-Pandemie eigentlich gemeinsam? Beides funktioniert nur, wenn wir alle mitmachen. Gemeinsam. Der größte Faktor beim Klimaschutz ist unser Strom- und Wärmebedarf. Aber hier kommt die gute Nachricht, ihr könnt eure persönlichen CO2-Emissionen in diesen Bereichen auf Null stellen. Mit ein paar Klicks. Ihr müsst nur wechseln zu echtem Ökostrom und klimaneutralem Biogas von Naturstrom. Die Heizperiode beginnt jetzt und ihr könnt da dann mit ganz ruhigem Klimagewissen reingehen. Sowohl bei den Ökostromen als auch bei den Biogastarifen von Naturstrom ist eine feste Förderung für weitere erneuerbare Energienanlagen enthalten. Wer jetzt zu Naturstrom wechselt, reduziert also nicht nur seine eigenen CO2-Emissionen, sondern bringt darüber hinaus auch noch die Energiewende hierzuland aktiv voran. Und der Wechsel ist beim Gas übrigens genauso unkompliziert wie beim Strom. Einfach gehen zu naturstrom.de-lage, Formular ausfüllen und Naturstrom macht dann den Rest für euch. Aktuell gibt es dabei noch einen Zusatzvorteil für euch und für die Lage. Wer sich jetzt einen neuen Ökostrom- oder Biogasvertrag klickt, bekommt ein Startguthaben von 30 Euro. Und Naturstrom zahlt uns der Lage nochmal 20 Euro dazu. Also jetzt direkt auf naturstrom.de-lage gehen, einen Vertrag abschließen und so den eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Am besten jetzt gleich naturstrom.de-lage. Und da sind wir wieder, springen hinein in unser Pad, in unsere Vorbereitung für diese Folge der Lage der Nationen. Und natürlich muss der Blick über den Atlantik gehen. Ehrlich gesagt habe ich jetzt die letzten mehr oder weniger 48 Stunden schon damit verbracht, wechselseitig oder abwechselnd viel mehr CNN und Fox News zu gucken. Übrigens, das war eine interessante Erfahrung, Fox News. Ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet und ich habe mir auch gedacht, also um Gottes willen kriegen die selbstverständlich keinen Cent Abo-Gebühren von mir. Aber dann habe ich auf dem iPhone gesehen, die haben gerade so eine Schnupperwoche. Man kann also, ich glaube, eine Woche Fox News kostenlos gucken. Propaganda gratis. Propaganda gratis. Und da habe ich mir so gedacht, ja, das ist, man will ja auch mal so ein etwas anderes Bild auf die USA gewinnen. Denn Fox News vielleicht für die Menschen, die das noch nicht so richtig mitbekommen haben. Die Fox News ist ein erzkonservativer Nachrichtensender in den Vereinigten Staaten. Nachrichten. Nachrichtensender auch gerne mal, wie soll ich sagen, mit teilweise ungeklärtem Verhältnis zu Fake News. Das muss man so offen sagen. Finanziert von Rupert Murdoch, so einem Medienmogul, der auch in Großbritannien schon bleibenden Schaden angerichtet hat. Und der jedenfalls hat dann vor einigen Jahren sich überlegt, jetzt rollen wir mal die Medienlandschaft in den Vereinigten Staaten auf. Und hat eben diesen Sender Fox News groß gemacht. Ich weiß nicht, ob er ihn gegründet hat, Philipp, aber jedenfalls groß gemacht hat er ihn. Das weiß ich jetzt auch gar nicht. Naja, aber das vielleicht nur eingangs. Also ich war sehr überrascht von dieser Wahlberichterstattung, denn das war wirklich gut gemacht. Also da habe ich ehrlich gesagt mein Bild von Fox News doch mal relativiert. Aber Philipp, bevor wir hier ins Schnacken kommen, was ist denn eigentlich der Stand der Dinge? Wir müssen sagen, wir wissen ja noch nicht, wer der Präsident ist, aber ein bisschen was kann man schon sagen. Die USA haben am Dienstag zumindest gewählt und es haben so viele Menschen in den USA gewählt, wie bisher wohl noch nie. Jedenfalls schreiben das Medien, dass kein Kandidat bisher so viel Stimmen bekommen hat wie Joe Biden in diesem Fall, weil der momentan noch führt. Über 100 Millionen Menschen aber haben ihre Stimme schon vor dem Wahltag abgegeben. Das ist was ganz, ganz Besonderes und was dieser Wahl auch wirklich einen Stempel aufgedrückt hat in ganz vieler Hinsicht. Es gab Briefwahl, die Leute haben halt einen Brief eingeworfen, die Leute haben auch ihre Stimme direkt in irgendwelche Kästen reingeworfen, die schon bereit standen vor der Wahl. Und Stand ist jetzt, wir haben noch nicht den endgültigen Präsidenten, aber Biden hat die besten Chancen, so kann man glaube ich sagen. Das kann man glaube ich sagen, also in den allermeisten Bundesstaaten steht der Sieger der Präsidentschaftswahl jedenfalls für diesen Staat auch schon fest. Warum das mit den Staaten so wichtig ist, erklären wir gleich nochmal. Aber jetzt Stand Donnerstag Nachmittags waren doch eine ganze Reihe von Staaten auch noch nicht offiziell entschieden, wenn sich eben jeweils auch ein Trend abzeichnete. Insbesondere geht es um Arizona und Nevada, zwei Staaten im Südwesten der Vereinigten Staaten von Amerika, die allerdings selbst Fox News, wie gesagt dieser im Grunde sehr Trump-freundliche Sender, schon mit so einem kleinen Tränchen im Auge mehr oder weniger für Biden ausgerufen hat. Und dann wirklich offen ist es zurzeit noch in Georgia, North Carolina und Pennsylvania. Auch wenn es in diesen beiden Staaten jeweils einen der beiden Kandidaten gibt, der quasi vorne liegt, das ist jeweils Donald Trump, aber sein Abstand ist kontinuierlich geschrumpft. Er hat zum Beispiel in Pennsylvania zeitweise fast 700.000 Stimmen Vorsprung gehabt vor Joe Biden, aber dieser Vorsprung ist dann langsam aber sicher abgeschmolzen, Philipp. Und das macht diese Wahlauszählung zu einem echten Krim. Genau, also das ist die ganz besondere Dramatik daran. Es geht ja in diesen Staaten immer darum, wer kriegt da die meisten Stimmen und da zählen wir gleich noch ein bisschen was drüber. Aber die Dramatik ist eben, dass die Wahl nicht irgendwie um Mitternacht mehr oder weniger entschieden war, sondern weil es eben diese 100 Millionen Menschen gab, die vor der Wahl schon abgestimmt haben, vor allen Dingen wegen Corona, gibt es sozusagen so eine asynchrone Auszählung. Also in den meisten Staaten wird erst ausgezählt, was am Wahltag abgegeben wurde. Das waren in der Mehrheit Trump-Wähler, so wurde das erst ausgezählt. Und in der Nacht waren dann sehr viele Staaten rot und überall lag Trump in Führung und erst mal schien es so, als würde der klar die Wahl gewinnen. Dann war aber auch klar, dass diese ganzen Stimmen, die vor dem Wahltag abgegeben waren, dass die dann ausgezählt werden und die in ihrer Mehrheit beiden Stimmen enthalten würden. Und so war es dann also und daher kommt diese Dramatik. Erst liegt überall Trump vorne und dann über die ganzen nächsten Tage, muss man fast sagen, holt Biden in vielen Staaten halt auf, rückt dran, rückt dran, rückt dran. Und alle fragen sich ja, er rückt dran, es sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt, aber wird das reichen in diesen Staaten, um Trump zu überholen? Und da sind wir jetzt. Ja genau, und das liegt an ganz interessanten Effekten. Also wie gesagt, einige Staaten haben die Briefwahl auch schon vor dem Wahltag ausgezählt. Die haben dann natürlich am Wahltag nach Schließung der Wahllokale ganz schnell erstmal diese ganzen schon ausgezählten Stimmen reportet. Und diese vorher abgegebenen Stimmen und vor allem die Briefwahlstimmen waren maßgeblich pro Biden. Das heißt, es gab durchaus auch einige Staaten mit einem umgekehrten Effekt, die erst so aussahen, als wenn Biden sie gewonnen hätte und dann holte Trump auf. Aber wie gesagt, ganz interessant, warum ist das so, dass Biden bei der Briefwahl so stark ist? Ganz einfach, Donald Trump hat seit Monaten massiv Stimmung gemacht gegen Briefwahl, hat immer so getan, als sei Briefwahl besonders betrugsanfällig, ohne dafür jemals Belege zu liefern. Und deswegen haben in der Tendenz eher Demokraten, die sich von Trump halt nichts sagen lassen, die Briefwahl genutzt, während Republikaner und Republikanerinnen natürlich auch in der Tendenz eher am Wahltag selber ihre Stimme abgegeben haben. Das stimmt nicht hundertprozentig, aber es gibt eine Tendenz und das führt dazu, dass von diesen Briefwahlstimmen häufig bis zu 75 Prozent für Biden abgegeben worden waren. Also was diese Briefwahl, da habe ich in der New York Times noch eine andere Begründung gelesen, die fällt mir jetzt aber nicht ein. Aber jedenfalls macht das den Käse nicht kaputt, das ist einfach so, die meisten haben für Biden mit Brief gewählt. Und weil das Problem nämlich ist, dass so viele Staaten zunächst mal quasi rot aussahen, also rot ist die Farbe der RepublikanerInnen und damit die Farbe von Donald Trump. Weil so viele Staaten zunächst mal rot aussahen, sah es eben kurzzeitig so aus, als wenn Donald Trump auch die Wahl insgesamt gewinnen könnte. Was absehbar war, das wusste man vorher. Klar, dass dieser Effekt, dass Staaten sehr rot aussehen würden und dann langsam aber sicher vielleicht wieder zu Biden kippen würden, das war absehbar. Aber Donald Trump hat diesen Effekt natürlich beiseite gewischt, hat so getan, als wenn das schon dieses vorläufige Ergebnis der Auszählung schon das endgültige Ergebnis wäre und hat sich zunächst mal schon zum Sieger ausgerufen. Das ist ein Fraud auf den amerikanischen Publikum. Das ist ein Embarrasser zu unserem Land. Wir waren bereit, um diese Ereignisse zu gewinnen. Frankly, wir haben diese Ereignisse. Wir haben diese Ereignisse. So, our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So, we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? Das haben wir jetzt mal in voller Länge gespielt, weil das schon ein historischer O-Ton ist. Das war ungefähr um halb drei hier bei uns. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Als weit davon entfernt war, dass irgendwas ausgezählt war. Und er stellt sich halt hin und sagt, ich habe gewonnen. Genau. Und man muss es vielleicht mal ganz kurz in den Kontext setzen. Also er fängt erst mal damit an zu sagen, das sei ein riesengroßer Betrug am amerikanischen Volk. Damit meint er eben, dass jetzt noch weiterhin Stimmen ausgezählt werden. Und das muss man sich erst mal klar machen, was für ein Irrsinn das ist. Das muss man einfach mal kurz ausformulieren, um diesen ganzen Wahnsinn zu verstehen. Also für jeden normalen Menschen ist doch klar, es werden Stimmen abgegeben. Und man muss teilweise vor der Wahl oder eben am Wahltag. Und da müssen diese Stimmen ausgezählt werden, bis irgendwann ein Ergebnis da ist. So funktioniert halt Demokratie. Und wenn das einen Tag dauert oder zwei oder fünf, dann ist das halt so. Also in Deutschland ist das natürlich so organisiert, dass in aller Regel noch am Wahlabend bis spätestens 24 Uhr von allen Stimmen, Briefwahl, Wahllokal, was auch immer die Ergebnisse auch tatsächlich da sind. Das ist in den USA offensichtlich ein Problem. Wollen wir heute nicht mal aufrollen. Da gibt es tausend Gründe, warum das so ist. Aber jedenfalls ist doch eins klar, alle Stimmen, die abgegeben worden sind bis zum Wahltag, müssen auf jeden Fall auch gezählt werden. Gibt noch so ein paar Unschärfen bei den Briefwahlstimmen. Ja, denn da ist halt so ein bisschen die Frage, müssen die bis zum Wahltag angekommen sein? So handhaben wir das in Deutschland. Ja, was am Wahltag 18 Uhr nicht angekommen ist bei der Wahlbehörde, wird nicht mehr gezählt. In den USA ist es etwas großzügiger. Einige Bundesstaaten lassen Briefwahlbriefe sogar noch ein bisschen später als am Wahltag zu, sofern der Poststempel vom Wahltag stammt. Also da gibt es tatsächlich Unschärfen. Aber im Großen und Ganzen ist das demokratische Prinzip, alle Stimmen, die abgegeben worden sind, die den Anforderungen entsprechen, müssen auch gezählt werden. Und genau diese Normalität, diese Selbstverständlichkeit bezeichnet Donald Trump als einen Betrug am amerikanischen Wähler, weil sie natürlich möglicherweise dazu führen kann, aufgrund der Mechanismen, die wir eben beschrieben haben, dass er eine zwischenzeitliche Führung bei der endgültigen Auszählung der Stimmen auch wieder verliert. Und er sagt Fraud zu einem Zeitpunkt, und das gilt bis heute, wo es nicht das geringste Anzeichen dafür gibt. Zero. Null. Es gab einen Rohrbruch, der dazu irgendwo geführt hat, dass mal kurzzeitig das Auszählen unterbrochen wurde. Aber das war es an Zwischenfällen. Und der fantasiert also seit Monaten davon, dass diese Wahl letztlich auf Betrug beruhe. Und dass, keine Ahnung, die Chinesen und die Demokraten und wer sonst nicht irgendwelche gefälschten Wahlbriefe in den Umlauf bringt. Nichts davon ist irgendwie belegt worden. Es ist also einfach reine Fantasie. Und gleichwohl erzählt Donald Trump irgendwas von Fraud. Und da muss man schon sagen, das ist halt einfach letztlich, also auf CNN meinte einer der Moderatoren, das ist letztlich das Verhalten eines Autokraten. Also letztlich eines, also in deutscher Terminologie würde man sagen, eines Diktators, der letztlich die Integrität einer Wahl ohne jeden Grund anzweifelt. Einfach nur, um sich vorzeitig zum Sieger erklären zu können. Im Grunde so in Lukaschenko-Manier. Und dann ging das natürlich auf Twitter weiter. Der hat auch gesagt, wir haben gewonnen. Und dann schreibt er noch, they are finding Biden-Votes all over the place in Pennsylvania, Wisconsin, Michigan. So bad for our country. Die finden Biden an Stimmzettel überall in Pennsylvania, Wisconsin und Michigan. Sei so schlecht für das Land. Das ist totaler Unsinn. All diese Stimmen waren vorher abgegeben worden, sind völlig legitime Stimmen, die einfach ausgezahlt werden. Und was ich aber an dieser ganzen Episode, auch an seiner Twitterei und so interessant fand, war, ich hatte zumindest den Eindruck, du hast ja auch Fox gesehen, es drängte sich so ein bisschen auf, dass ihn keiner mehr Ernst nimmt. Also das war wirklich ganz interessant. Selbst die Moderatorinnen und Moderatoren auf Fox News haben sich schon jedenfalls sprachlich sehr deutlich von ihm distanziert. Es gab zum Beispiel kurzzeitig so eine Diskussion, ob jetzt der Bundesstaat Arizona sehr wahrscheinlich für Biden gestimmt hat, ja oder nein. Selbst Fox News hat diesen Staat so gecallt, wie man so schön sagt. Also hat den Staat quasi Biden zugeschlagen, weil er mutmaßlich gewinnen wird. Und das Weiße Haus hat dann so getan, als wenn noch alles offen wäre in Arizona. Und da sagten dann selbst die Moderatoren, ja das Weiße Haus hat halt Quatsch erzählt. So als sei das was völlig Normales. Also selbst die scheinen irgendwie Donald Trump inzwischen nicht mehr anzunehmen. Und wenn man sich Donald Trumps Twitter-Feed anguckt, muss man sagen, der retweetet inzwischen nicht mal mehr konservative Medien, die so noch so halbwegs seriös rüberkommen, wie eben zum Beispiel Fox News. Der hat sich inzwischen dazu verstiegen, im Brunnen nur noch Breitbart zu retweeten. Also so ein Verschwörungstheorien-Medium aus den USA vom ganz rechten Rand. Also das ist schon einfach wirklich erschütternd. Man muss sich überlegen, es ist Stand heute Donnerstagnachmittag durchaus möglich, dass der Mann weitere vier Jahre im Weißen Haus sitzt. Es ist die unwahrscheinlichere Variante, aber es ist nicht völlig ausgeschlossen. Ich finde, das ist der absolute Albtraum. Ich hatte auch zwischenzeitlich wirklich richtig, richtig schlechte Laune. Also man wusste zwar, dass da irgendwann diese Briefwahlzettel noch irgendwie ausgewertet werden. Man hat gehofft, alles wird gut so ungefähr. Aber niemand hat das je erlebt, niemand wusste, was da jetzt noch kommt. Und diese Vorstellung, dass wir mit diesem Lügner, diesem Räuber, diesem Gesetzesbrecher, diesem korrupten Autokraten noch vier Jahre leben müssen. Absurd, oder? Also es war völlig absurd. Ja, mal ganz ehrlich, Philipp, mir hat das genauso wie dir extrem schlechte Laune gemacht. Und ich mache mir natürlich auch einfach massiv Sorgen um die USA. Ich meine, ich habe in dem Land ein Jahr gelebt. Ich war schon x-mal zu Besuch da. Ich habe, wie soll ich sagen, ein sehr enges emotionales Verhältnis zu den USA. Also ich sehe da vieles kritisch natürlich. Aber politisch, das machen wir ja auch in der Lage mal wieder deutlich. Aber meine persönliche Grundhaltung gegenüber den USA ist eine außerordentlich positive. Weil ich einfach dadurch, dass ich da so viel Zeit verbracht habe, glaube ich auch eine ganze Menge Dinge gut verstehe. Oder jedenfalls irgendwie nachvollziehen kann, die uns so komisch vorkommen und so. Und das ist für mich einfach total bitter zu sehen, wie auch die Menschen in dem Land leiden unter dieser Führung. Weil ja auch ganz viele politische Fragen offen bleiben, weil der Mann sich halt darum nicht kümmert und nur um seine Wiederwahl gekümmert hat. Das muss man natürlich sehen, müsste er da nicht mehr, wenn er im Weißen Haus bliebe. Aber ja, ich hatte da auch zwischendurch richtig, richtig schlechte Laune. Aber gut, wir wollen jetzt, wir wollen nicht nur ranten, wir wollen ein bisschen auch erklären. Und wir haben uns für diese Folge überlegt, was ja wirklich sehr skurril ist, ist dieses Problem oder dieses System, erstmal neutral formuliert, das System mit dem sogenannten Wahlmenschen-Gremium, Philipp. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Ja, also das ist der Hintergrund, vor dem sich das alles abspielt. Momentan geht es ja immer um diese Staaten und im Kern geht es eigentlich darum, welcher der beiden Kandidaten, gibt auch noch andere, aber die zählen im Prinzip nicht, sondern es gibt nur diese beiden letztlich. Wer bekommt da eigentlich in jedem Staat die Mehrheit und da reicht dann eine Stimme. Und wer diese eine Stimme Mehrheit bekommt, der bekommt halt die sogenannten Wahlmenschen dieses Staates zugeschlagen. Und das ist also keine direkte Wahl, ja, diese sogenannte Popular Vote, also der simple Vergleich, wer von den beiden hat halt in den gesamten USA die meisten Stimmen eingesammelt, das ist allenfalls von symbolischem Wert. Es geht letztlich darum, wer gewinnt welchen Staat und sammelt dann die Wahlmenschen pro Staat ein. Genau, und das führt eben dazu, dass es eben keine direkte Wahl ist. Das muss man sich immer überlegen, sondern es geht im Kern immer nur darum, die Mehrheit in bestimmten Staaten zu erringen. Pennsylvania hat, glaube ich, 20 Wahlmenschen. Wer Pennsylvania gewinnt, der kriegt halt 20 Wahlmenschen und damit 20 Stimmen in diesem Wahlmenschengremium. Und wer zuerst 270 von diesen Wahlmenschen zusammen hat, die dann in diesem Gremium am 14. Dezember für ihn stimmen, der ist halt Präsident. Genau, die Verfassung sagt auch, wie viele Wahlmenschen jeder Staat bekommt. Und die allermeisten Staaten, Philipp hat es gesagt, vergeben diese nach diesem sogenannten Winner-takes-it-all-Prinzip. Also wer da auch nur eine Stimme über den Durst hat, der bekommt alle Wahlmenschen, die dieser Staat zu vergeben hat. Und der Witz dabei ist allerdings, dass diese ganzen Regeln, obwohl es um die Wahl des Präsidenten auf Bundesebene geht, nicht in der Verfassung des Bundes, also in der US-Verfassung geregelt sind, sondern diese Frage verweist quasi die Bundesverfassung an die Staaten. Das heißt also, die Bundesverfassung der USA gibt insbesondere den Legislators, also quasi der gesetzgebenden Körperschaft in den einzelnen Bundesstaaten, das Recht zu entscheiden, wie die jeweiligen Wahlmenschen, die sogenannten Electors, dieses Staates eigentlich bestimmt werden. Also es wird nur gesagt, wer Pennsylvania gewinnt, hat 20 Wahlmenschen. Pennsylvania muss 20 Wahlmenschen schicken, die dann abstimmen. Aber wer diese Wahlmenschen sind und wie sie bestimmt werden, das ist eigentlich nirgendwo geregelt. Das kann jeder Staat für sich selber regeln. Und das muss nicht zwangsläufig damit zu tun haben, wer diesen Staat gewonnen hat. Nee, muss, also jedenfalls steht nirgendwo, dass das so ist. Es ist, wenn man so will, so eine Art Verfassungstradition auf Bundesebene, dass die Mitgliedstaaten diese Electors eben inzwischen über eine Direktwahl vergeben. Theoretisch wäre aber auch denkbar, dass zum Beispiel in den jeweiligen Staatenparlamenten irgendwie einfach eine Abstimmung stattfindet. Oder zum Beispiel so, wie das ja bei der Wahl zum Bundespräsidenten in Deutschland ist, dass auch die deutschen Landtage jeweils die Delegierten in diese sogenannte Bundesversammlung entsenden. Das macht man in den deutschen Landtagen proportional nach dem Stimmenverhältnis in dem jeweiligen Landtag. Das wäre natürlich auch mit der US-Verfassung vereinbar. Da müsste halt der Bundesstaat regeln. Bei uns wählt das Parlament auf Staatenebene die Electors nach dem Verhältnis der Sitze im Parlament. Das wäre aus der Perspektive der US-Verfassung absolut legal. Es wäre allerdings wohl ein Bruch der Verfassungstradition, dass eben die Präsidentschaftswahl seit ewig und drei Tagen als Direktwahl des Volkes stattfindet. Aber eben nicht Direktwahl des Präsidenten in einem Schritt, sondern Direktwahl der sämtlicher Elektors auf Staatenebene. Und die wählen dann eben den Präsidenten in ihrer Sitzung im Blitz. Diese Elektors sind im Prinzip schon ausgewählt in den Staaten. Also das machen die Parteien dann in den Staaten, legen die halt fest, wer für den Fall, dass sie gewinnen, für sie da in dieses Wahlmenschen-Gremium einziehen wird. Aber jetzt wäre es ja auch eng und das war so eine Idee, die ich hatte. Also wenn jetzt Trump versucht, im Falle er verliert, die normale Wahl und er versucht, das noch zu ändern und zu torpedieren. Hältst du das für möglich, dass er Staaten, die republikanisch regiert sind, vorschreibt, sie zwingt, auffordert, einfach zu sagen, Leute, ja, Biden hat in eurem Staat gewonnen. Ihr müsstet eigentlich Bidens Leute in diese Konferenz schicken. Aber da die Staaten das bestimmen, da die Regierungen und Parlamente das bestimmen und da ich Donald Trump sage, es war alles Betrug, bitte schickt mal meine Leute in diese Konferenz. Also das ist natürlich auf den ersten Blick völlig undenkbar, weil das eben brechen würde mit diesem Prinzip, dass die Elektors durch eine Wahl, eine direkte Wahl durch die Menschen in dem Staat bestimmt werden. Aber aus der Perspektive der US-Verfassung wäre das wahrscheinlich völlig legal. Denn da steht es einfach nur, dass die Legislators auf Staatenebene diese Elektors bestimmen müssen. Ja, und wenn der jetzt tatsächlich in einem Bundesstaat das Gesetz so wäre, dass zum Beispiel im Falle eines Disputes über die Frage, wer den Staat gewonnen hat, das Staatenparlament die Elektors bestimmt, dann wäre das jedenfalls aus der Perspektive der Bundesverfassung kein Problem. Und interessanterweise gibt es gerade sogar einen rechtlichen Streit um die Frage, ob das überhaupt gerichtlicher Kontrolle unterliegt. Ja, also der Supreme Court ist gerade zutiefst gespalten über die Frage, ob die Entscheidung, wen ein Staat nach Washington schickt in das Gremium, überhaupt der justiziellen Kontrolle durch den Supreme Court unterliegt. Also da gibt es, also die konservativen Richter im Supreme Court neigen, Brett Kavanaugh hat das schon sehr deutlich gemacht, neigen offenbar der Meinung zu, da dürfe einfach niemand den Legislator reinregieren. Weil eben die Bundesverfassung die Aufgabe der Benennung dieser Elektors nicht dem Staat insgesamt zugeteilt hat, was dann ja alle drei Gewalten des Staates wären, sondern explizit den Legislators, also nur quasi der gesetzgebenden Gewalt in dem Bundesstaat. Und da sagt der Supreme Court, wenn das so ist, dann dürfen jedenfalls mal die Staatengerichte da nicht reingrätschen, aber konsequenterweise dann ja auch nicht der Supreme Court. Also das ist ein bisschen theoretisch, aber weil so ein bisschen die Sache ja noch offen ist und völlig unklar ist, was noch so alles passiert, dachten wir, wäre das mal ein interessanter Hinweis. Ich fand es jedenfalls sehr interessant, das mal zu lesen, dass die Staaten letztlich sehr frei darin sind, zu entscheiden, wen sie eigentlich in dieses Wahlmenschen-Gremium schicken, das dann den Präsidenten wählt am Verzelt. Ja, absolut. Und nicht nur die Staaten sind frei, selbst diese Elektors sind relativ frei. Da gibt es also das Phänomen der sogenannten Faithless, also nicht vertrauenswürdigen Wahlmenschen. Und bei der letzten Präsidentenwahl 2016 haben immerhin sieben Elektors, fünf von den Demokraten nominierte und zwei republikanisch nominierte, ihre Versprechen gebrochen und haben einfach anders abgestimmt, als es vorgesehen war. Weil ja jede Partei in jedem Staat seine Elektors vorher festlegt, werden eigentlich immer die geschickt, die zum Gewinner des jeweiligen Staates werden. Also wenn Biden einen Staat gewinnt, dann werden halt die von der demokratischen Partei bestimmten Elektors in diese Konferenz geschickt. Und dann gibt es aber auch hin und wieder mal Fälle, wo jemand von einer bestimmten Partei geschickt wurde, aber doch sich anders entscheidet. Aber da hat der Supreme Court doch einen Riegel vorgeschoben. Der Supreme Court findet, dass die Staaten eine Regel erlassen können, die diese Elektors zwingt, sich tatsächlich an ihr Versprechen zu halten, für wen sie so stimmen wollen. Aber das müssen die Staaten dann auch erst mal tun. Und die Frage ist, was hat das für eine Folge, wenn jemand zwar eigentlich gezwungen ist, so und so abzustimmen, das aber dann letztlich nicht tut. Und dazu muss man als Hintergrund wissen, dass natürlich so ein gebundenes Mandat der Elektors die ganze Sache auch so ein bisschen absurd macht. Dann könnte man dann sagen, wenn diese Typen doch sowieso so abstimmen müssen, wie es die Auszählung quasi ergeben hat, dann kann man sich das Ganze doch auch schenken. Dann kann man einfach sagen, wir zählen die Elektors, die die Staaten entsenden, ohne dass man überhaupt da einen Namen damit verbindet. Dann kann man auch sagen, keine Ahnung, Georgia 10 Points. Und dann zählt man halt einfach, so wie bei Eurovision Soundcontent. Oder du nimmst gleich die Popular Vote. Oder, das wäre natürlich noch besser, man nimmt gleich die Popular Vote. Also wie gesagt, dieses sogenannte gebundene oder imperative Mandat, was der Supreme Court da einführen will, würde zugleich so ein bisschen das Prinzip dieses Wahlmenschen-Gremiums ad absurdum führen. Dann kann man es im Grunde auch lassen. Historisch betrachtet muss man sagen, sollen die aber eigentlich sogar ein bisschen Spielraum haben. Also historisch ist das mal so entstanden, dass die Menschen, die die Verfassung geschrieben haben, Ende des 18. Jahrhunderts, einfach quasi den Wählerinnen und damals waren es wirklich nur den Wählern, nicht den Wählerinnen, also den Wählern in den USA nicht getraut haben. Sie hatten so ein bisschen die Sorge, wenn man eine Direktwahl des Präsidenten einführt, dann führt das dazu, dass möglicherweise ein Populist gewählt werden könnte, der die Menschen irgendwie bezirzt. Und deswegen hat man sich gedacht, wählt man doch nicht direkt, sondern die Menschen in den Staaten sollen Elektors wählen, so ich sag mal weise alte Männer. Und diese weisen alten Männer sollen dann entscheiden, wer Präsident wird. Vor allen Dingen auch weiße alte Männer. Weiß waren sie natürlich auch damals, völlig klar. Mit anderen Worten, so wie das ursprünglich mal gedacht war, sollte das so eine Art Rat der Weisen sein, der sich dann auf einen wirklich gut geeigneten Präsidenten einigt, so wie es heute vom Supreme Court intendiert wird. Macht das eigentlich alles nicht so richtig Sinn? Und könnte man das Wahlmenschen-Gremium auch eigentlich abschaffen? Da gab es auch schon mal eine Initiative in den 60ern und frühen 70er Jahren. Das hat aber damals nicht geklappt, weil eine Verfassungsänderung in den Vereinigten Staaten halt wahnsinnig kompliziert ist. Da muss man extrem hohe Quoren erreichen. Deswegen, das ist damals ganz knapp gescheitert. Gibt es einen interessanten Podcast drüber von The Daily Wants. Kann man sich mal anhören, war wirklich sehr interessant. Aber Philipp, unterhalb der Schwelle der Verfassungsänderung gibt es ein ganz nettes Projekt, das du ausgegraben hast. Ja, was heißt ausgegraben? Und das habe ich auch irgendwie aus der New York Terms im Artikel oder so haben wir natürlich alles verlängt. National Popular Vote Interstate Compact heißt das Ding. Und das ist einfach eine Initiative von leider bisher nur demokratischen Staaten, glaube ich, zu sagen, okay, Leute, wir verpflichten uns als Bundesstaaten, jene Elektors, jene Wahlmenschen in diese Konferenz, in dieses Gremium zu schicken, die denjenigen Kandidaten repräsentieren, der nicht in unserem Staat gewonnen hat, sondern der US-weit die meisten Stimmen bekommen hat, also diese sogenannte Popular Vote gewonnen hat. Also das wäre eine ganz interessante Idee, finde ich, weil das eine Möglichkeit wäre, dieses doch sehr dysfunktionale Wahlmenschen-Gremium zu entschärfen, ohne dass man eine Verfassungsänderung erreichen müsste. Denn das könnten die Staaten durch ein einfaches Gesetz auf Staatenebene machen. Wie gesagt, die Bundesverfassung gibt das Recht, die Elektors zu bestimmen der Legislative der Bundesstaaten. Das heißt, die könnten jeweils ein Gesetz erlassen. Wir verpflichten uns, den im Elektors-Gremium repräsentieren zu lassen, der auf bundesweit die meisten Stimmen bekommen hat. Ich finde, das ist eine ganz coole Idee. Aber wie du sagst, Philipp, bislang ist die jedenfalls noch nicht Konsens. Aber vielleicht dann ja mal nach dieser Wahl. Denn auch diese Wahl hat ja wieder auf einige Dysfunktionalitäten dieses Systems hingewiesen. Aber gut, Stand heute, Donnerstagnachmittag, ist also nichts entschieden. Joe Biden hat allerdings die besseren Chancen als Donald Trump, Philipp. Aber bis dann wirklich mal ein klares Ergebnis da ist, muss man sagen, kann auch noch ein bisschen was schief gehen. Ja, genau. Es gibt so verschiedene Szenarien, die sich ja jetzt zum Teil andeuten, zum Teil vielleicht auch noch hypothetisch sind. Das eine ist diese Frage, wird es Gewalt geben in irgendeiner Form auf den Straßen? Flippen die Verlierer aus? Greifen sie zu den Waffen? Denn davon ist bisher noch nicht wirklich viel zu sehen. Es gibt vereinzelt Proteste. Republikaner versammeln sich vor so einem Auszählungszentrum in Arizona, so ungefähr 150 Leute. Teilweise auch Bewaffne, die fordern halt, dass alle Stimmen ausgezählt werden. An anderer Stelle klagt dann Trump, dass die Auszählung der Stimmen aufhören soll, weil er dort vorne liegt. Aber gut, das ist halt Trumps Widersprüchlichkeit und Irrsinn. Von Gewalt habe ich bisher noch nichts gesehen. Aber man weiß natürlich nicht, ob das noch kommt, wenn wirklich alle Staaten ausgezählt sind und zum Beispiel Trump offiziell verloren haben sollte. Unmöglich ist das natürlich alles nicht. Noch viel gravierender wäre natürlich, wenn das US-Militär irgendwie einschreiten würde. Also grundsätzlich mal darf das Militär in den USA auch im Inland eingesetzt werden, was ja in Deutschland sehr streng Regeln unterliegt. Man kann also das Militär auch quasi als Riot Police gegen irgendwelche Aufstände einsetzen. Das ist auch immer wieder mal passiert, auch mit durchaus vernünftigen Motiven. Also zum Beispiel hat man in den 50er und 60er Jahren mitunter mit Hilfe von Truppen Aufstände in den Südstaaten der Vereinigten Staaten niedergeschlagen, wo die Menschen dagegen protestiert haben, dass jetzt mal die Diskriminierung von Schwarzen beendet werden soll. Aber davon ist momentan noch nichts. Genau, davon ist momentan noch nichts zu sehen. Insbesondere haben führende Generäle schon deutlich gemacht, dass sie ihre Rolle also jetzt nicht darin sehen, die Wahlen zu entscheiden. Sondern wenn Donald Trump also versuchen sollte, das Militär zu irgendwelchen illegitimen Aktionen zu verleiten, dann scheint das wohl erst mal nicht zu klappen. Dann, und das ist so das, was momentan am konkretesten sich abzeichnet, sind die Gerichte noch da. Trump hat ja versucht, schon vor der Wahl, aber auch jetzt hier in der Wahl, Auszählungen von Stimmen zu verhindern. Bisher erfolglos. Aber es gibt eben Rechtsstreitigkeiten. Und es sind verschiedene Klagen eingereicht worden in verschiedenen Staaten. Die haben oft das Ziel, dass die Auszählung gestoppt werden soll wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten, für die es aber bisher keine Belege gibt. Und auch diese Pressekonferenzen, die ich da gesehen habe, waren völlig frei von irgendwelchen konkreten Belegen. Die Frage ist, können wir einschätzen, welche Chancen diese Gerichtsverfahren haben, die Donald Trump jetzt in mehreren Staaten angestrengt hat, sagt noch anstrengend zu wollen. Tja, also ehrlich gesagt, muss man natürlich sagen, also Klagen sind als solches ja erst mal kein Problem. Rule of law und so. Also grundsätzlich mal darf in einem Rechtsstaat jeder auch versuchen, gerichtliche Verfahren einzusetzen. Also ich finde es nicht als solches ein Problem, auch zu Gericht zu gehen, wenn man glaubt, dass es zu Rechtsverstößen gekommen ist. Gerade als unterliegender Kandidat hat man dazu natürlich allen Anlass. Und man muss sehen, Trump hat hunderte neue Richterinnen und Richter ins Amt gebracht. Die müssen ja zu irgendwas gut sein. Man mag es ja nicht so laut sagen. Aber jedenfalls ist es ja eben eines der Ziele der Republikanischen Partei seit Jahrzehnten, eben die Gerichte einzusetzen für ihre konservative Agenda, die eben häufig keine Mehrheit mehr in der Bevölkerung hat. Und das hat unter Trump wunderbar geklappt. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es ist jedenfalls dreistellig, wie viele Richter Donald Trump an Bundesgerichten untergebracht hat. Du Philipp, aber welche Chancen diese Klagen jetzt haben, finde ich, ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Schlicht und ergreifend, weil es da immer um sehr interessante Details geht. In einem Fall hat Donald Trump oder sein Team sich dagegen gewendet, dass 53 Stimmen gewählt werden, gezählt werden aus einem ganz bestimmten Wahlbezirk mit irgendeinem schrägen Vorwand. Ja, also das ist extrem kleinteilig. Wir können das an dieser Stelle nicht aufarbeiten. Dazu gibt es auch nicht die nötigen Informationen. Was man aber sagen kann, so ganz generell, also Gerichte können nicht über den Ausgang einer Wahl direkt befinden, grundsätzlich mal auch nicht das Supreme Court. Und sie sind auch nicht dafür zuständig zu prüfen, ob jetzt Stimmzettel richtig ausgezählt worden sind. Zunächst mal jedenfalls nicht. Aber Gerichte können natürlich über die Rechtmäßigkeit von Verfahren entscheiden. Sie können Rechtmäßigkeit von Ausschlussfristen prüfen, Regeln für die Auszählung der Stimmen. Und damit können sie eben mittelmal auch durchaus Stimmen von der Wahl ausschließen. Aber wie gesagt, wie das jetzt im Einzelnen ausgehen wird, ist aus heutiger Sicht noch nicht zu sagen. Das große Risiko, das ich sehe bei diesen gerichtlichen Verfahren, liegt eigentlich eher darin, dass es halt jetzt möglicherweise noch mehr Unsicherheit geben könnte. Wenn jetzt zum Beispiel Stimmen erst mal ausgezählt werden, in das Ergebnis reingerechnet werden, aber dann hinterher wieder rausgerechnet werden müssen, weil Gerichte zu dem Ergebnis kommen, so und so viele Stimmen dürfen eben doch nicht gewertet werden. Dann könnte das eben zu Unsicherheiten führen, wer jetzt welchen Start gewonnen hat und schlimmstenfalls zu einer wochenlangen Debatte. Das hatten wir ja, haben wir in der Lage auch schon mal erwähnt, 2000 so. Also, dass insgesamt so eine Art von Klima der Unsicherheit, der Unklarheit entsteht, von Chaos und sich so der Eindruck von Irregularität verstärkt. Und das wollen wir ja nun nicht. Wo sich dann wieder Leute legitimiert sehen, weiß ich nicht, gewaltsam vorzugehen und illegitime Schritte zu machen. Ich denke, damit haben wir so den Stand jetzt ganz gut beschrieben. Die Umfragen, ja, kann man jetzt lange drüber dementieren, gab natürlich wieder Überraschungen, dass das so knapp wird, glaube ich. Hatten die Umfragen vorher nicht vorhergesehen. Ich denke, da wird noch ein bisschen drüber zu reden sein. Aber das eigentlich Interessante ist doch, dass wir feststellen müssen, Donald Trump war offensichtlich kein Unfall. Und dass selbst wenn Biden jetzt gewählt werden sollte, nicht alles wieder tutti ist, sondern dieses Land zutiefst gespalten ist. Donald Trump wird von vielen, vielen Millionen Menschen gewählt worden sein. In jedem Fall. In jedem Fall. Auch wenn es dann am Ende vielleicht knapp nicht ganz reicht. Aber ich glaube, so sehr wir auch erleichtert sein würden, wenn Biden gewinnt, wir gehen nicht wieder auf den Status quo ante. Nein, also Donald Trump hinterlässt die Demokratie in den Vereinigten Staaten massiv geschwächt. Das lässt sich jetzt schon sagen. Er hat dazu beigetragen, das Vertrauen in die demokratisch legitimierten Institutionen zu erodieren. Er hat massiv dazu beigetragen, den Supreme Court zu politisieren, indem er eben keine gemäßigten Richterinnen und Richter aus der Mitte quasi an das Gericht berufen hat, sondern extrem konservative Kandidatinnen und Kandidaten, die das Gericht eben zu, also jedenfalls in den schweren Verdacht oder in den dringenden Verdacht manövrieren, quasi letztlich ein Parteigericht der Republikaner zu sein. Das ist für kein Gericht gut. Und der Chief Justice, also quasi der Präsident des Supreme Court, John Roberts, hat lange Zeit versucht, quasi so selber Swingvote zu spielen, um diese Politisierung möglichst aufzuhalten, jedenfalls in vielen Verfahren. Aber das ist natürlich jetzt mit dem 6 zu 3-Stand am Supreme Court endgültig vorbei. Und was man, glaube ich, auch wirklich gar nicht laut genug sagen kann, ist, dass Donald Trump natürlich die Medienlandschaft in den Vereinigten Staaten dramatisch geschwächt hat, indem er einfach reihenweise Medien als Fake News bezeichnet oder die Fake New York Times oder die Failing New York Times und so. Auf der einen Seite ist das sicherlich so. Im großen Teil hat er sicherlich da auch Glaubwürdigkeit untergraben. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, sie wurden enorm gestärkt in bestimmter Hinsicht, weil ihre Bedeutung klar geworden ist in vielen Bereichen. Ich glaube, das ist so ein bisschen abhängig davon, in welcher Bevölkerungsgruppe, aus welcher Hälfte des Landes du das betrachtest. Wenn du das aus einer liberalen Position betrachtest, dann hat, glaube ich, so ein Medium wie die New York Times enorm an Sehen und Bedeutung gewonnen, weil klar geworden ist, wie wichtig es ist, solche Medien zu haben. Und wenn du im Trump-Lager bist, dann mag das so sein. Ja, aber Philipp, ganz ehrlich, genau das ist doch mein Punkt. Damit ist doch die Demokratie in den USA massiv geschwächt worden, wenn man eben davon ausgeht, dass Medien systematisch lügen. Auch wenn das jetzt nicht alle für Richtigkeiten ist, es ist doch, wenn man davon ausgeht, dass eine Demokratie ja nicht nur von einer Hälfte der Bevölkerung lebt, sondern von allen Leuten, die dieses Land ausmachen. Dann muss man doch schon sagen, nimmt die Demokratie doch massiv Schaden, wenn die Hälfte der Bevölkerung nur noch bestimmten Medien glaubt und davon ausgeht, dass die New York Times systematisch lügt. Also das finde ich ist schon ein ganz massiver Flurschaden, der da eingetreten ist. Und da weiß ich auch nicht, wie der sich so halbwegs zeitnah wieder reparieren lassen mag. Also man fragt sich ja wirklich, wie um alles in der Welt können nach all dem, was in diesen letzten vier Jahren passiert ist, so viele Menschen Donald Trump wählen? Corona, Lügen, Korruption. Also wirklich, wir haben da oft genug drüber geredet. Und man fragt sich, wie können so viele Menschen diesen Mann wählen? Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, mit einem Phänomen, was ja auch oft beschrieben wurde, diesen Tribalism. Also dieser Idee, dass man sich nicht bestimmten Inhalten nahe fühlt und ausrichtet sich danach, sondern einem Stamm zugehörig fühlt. Dass du sagst, mir ist letztlich so ein bisschen egal, was dieser Mann tut oder macht, er gehört zu meinem Stamm und deswegen wähle ich ihn. Und das ist eine Art, diese Spaltung des Landes zu beschreiben. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Erklärungsansatz, dass die Leute zum Teil gar nicht mehr so richtig drauf geachtet haben, wofür steht er eigentlich, was macht er eigentlich, was sagt er eigentlich, sondern sie haben sich diesen Stamm einsortiert und also wählen sie ihn. Das mag sicherlich eine wichtige Rolle spielen, aber ich glaube, etwas allgemeiner kann man schon auch sagen, dass die Medienlandschaft in den USA einen massiven Anteil hat an der Tatsache, dass ein Mensch gewählt wird, der, ich glaube, das kann man unumwunden so sagen, den allermeisten Menschen in den USA geschadet hat. Also wenn man jetzt nicht zur kleinen Gruppe der Superreichen in den USA gehört, die von Steuersenkungen massiv profitiert haben und die natürlich auch auf eine vernünftige Gesundheitsversorgung jedenfalls nicht von staatlicher Seite angewiesen sind, weil sie Geld genug haben, um die selber zu bezahlen. Wenn man also nicht zu dieser relativ kleinen Gruppe von, I don't know, Top 2 Prozent der Bevölkerung gehört, oder meinetwegen auch zu Top 5 Prozent, dann gehört man im Zweifel zu den Verlierern. Also im Tagesspiegel war vor kurzem noch eine ausführliche Analyse, wie es denn eigentlich mit Trumps Bilanz in der Wirtschaftspolitik aussieht. Denn das ist ja so das Feld, wo eben insbesondere die Menschen sehr viel Kompetenz zuweisen, die ihn gewählt haben. Da gibt es ja so Umfragen, wenn man Trump gewählt hat, welche Aspekte waren einem besonders wichtig. Und da wird Wirtschaft immer ganz vorne genannt. Also Wirtschaft und Law und Order, das sind so die beiden Themen, die Trump bei seinen WählerInnen stark machen. Und seine Bilanz in der Wirtschaftspolitik ist katastrophal. Also nicht mal dieser starke Nationalismus, wo er alle möglichen Handelsabkommen gekündigt hat und einen Handelskrieg mit China angezettelt hat. Also nicht mal dieser quasi handelspolitische Nationalismus hat irgendwelche messbaren Vorteile für die USA mit sich gebracht. Also zwar ist das Handelsbilanzdefizit im Verhältnis USA-China gesunken, aber die Importe sind nicht etwa entfallen. Die Produkte werden jetzt nicht etwa in den USA hergestellt, sondern die kommen jetzt eben nicht mehr aus China, sondern aus Vietnam oder aus Taiwan. Mit anderen Worten, selbst in diesem ganz schmalen Bereich der Wirtschaftspolitik, was Donald Trump wahrscheinlich für seine wichtigsten Errungenschaften halten würde, selbst da ist er gescheitert. Ein sehr interessanter Artikel im Tagesspiegel, haben wir auch in den Shownotes. Also wenn man sich das überlegt, rational ist das alles nicht mehr nachvollziehbar. Aber wenn du natürlich den ganzen Tag Medien konsumierst, und Twitter und Facebook, und dir immer gesagt wird, Donald Trump ist der allergrößte, dann glaubst du es vielleicht irgendwann. Es wurde ja jetzt aber nicht nur der Präsident gewählt, sondern auch Teile des Parlaments. Das Parlament besteht ja aus zwei Kammern. Das eine ist das Repräsentantenhaus, das ist die erste Kammer. Und die zweite Kammer ist der Senat. Und da werden regelmäßig Teile zumindest neu gewählt. In der ersten Kammer, dem Repräsentantenhaus, da hatten die Demokraten schon eine Mehrheit. Und da ist es im Kern auch beigeblieben. Und dann wurde noch gewählt der Senat, beziehungsweise Teile des Senats, ein Drittel des Senats. Und da war die große Frage, Senat sind 100 Senatoren, Drittel wurde neu gewählt. Die Republikaner hatten eine leichte Mehrheit. Und die Hoffnung der Demokraten war, dass sie jetzt bei dieser teilweise Neuwahl einiger Senatorenposten die Mehrheit erlangen oder zumindest einen Gleichstand erlangen, wo dann die Vizepräsidentin, wenn Biden gewinnt, den Ausschlag gibt und sie ihnen so eine Mehrheit im Senat auch verschafft. Das hat aber aller Voraussicht nach nicht geklappt. Es gibt, glaube ich, im Dezember noch eine Nachwahl von zwei Senatoren. Und wenn die an die Demokraten gehen, dann gibt es so eine leichte Chance auf den Patt. Aber dass die beiden Senatorenposten an die Demokraten gehen, das ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Ja, also das ist, wie gesagt, alles so ein bisschen unter Vorbehalt. Wir sind Donnerstagnachmittag. Die Auszählung ist nicht beendet. Aber es sieht danach aus, als wenn im Parlament auf Bundesebene in den Vereinigten Staaten im Wesentlichen alles beim Alten bleibt. Aber es gibt etwas Fortschritte im Bereich Diversity. Das soll am Rande noch vermeldet werden. Nämlich die erste Transperson ist ins Parlament gewählt worden, habe ich heute auf Twitter gelesen. Und eine Vertreterin von QAnon sitzt auch im Parlament. QAnon, ja, diese Verschwörungstheorie-Truppe da. Mit anderen Worten, Licht und Schatten auch im Kongress. Und damit kommen wir zu einer zweiten Pause in dieser Folge. Werbung. Wenn wir jetzt alle Kontakte vermeiden sollen und ja auch wollen, ist es natürlich eine gute Idee, online einzukaufen, auch Lebensmittel. Aber wo soll man das eigentlich machen? Meistens hat man ja eine schnöde Auswahl von irgendwelchen Standard-Supermarkt-Produkten, produziert jede Menge Müll und CO2 und unterstützt auch noch ein zweifelhaftes Handelssystem. Well, schaut doch mal bei Koro vorbei. Die wollen Europas Nummer eins werden für haltbare Lebensmittel. Und haben jetzt schon ihre Auswahl. Brotaufstriche, Snacks, Öle, Nüsse, Getreide, Gewürze, Soßen, Fleischalternativen, Säfte, Kaffee, Süßigkeiten, Trockenfrüchte. Wirklich alles. Vom Spinatpulver über Adventskalender, Mixer und Brotdosen und wirklich ganz schöne Aufbewahrungsbehälter. Koro ist natürlich, das merkt man, ein Traum für Veganerinnen und Vegetarierinnen, aber auch Carnivore, Hipster brauchen Spirulina-Pulver, um ihre Smoothies blau zu färben. Ihr wisst nicht, was man mit Spirulina und Spinatpulver kochen kann? Zu jedem Produkt gibt es Rezepte und ein Datenblatt. Die Leute von Koro haben sich sehr viel Gedanken gemacht, wie sie Produkte fair bezahlen, Müll vermeiden und das Klima schützen. Und deswegen versuchen sie direkt bei Produzenten einzukaufen und nutzen nur simple Großverpackungen, die man auch leicht recyceln kann und die eben weniger Müll produzieren als diese ganzen Kleinstverpackungen. Und dazu haben sie extrem faire Preise. Und Lagehörer und Hörerinnen bekommen jetzt noch dazu 5% Rabatt, wenn ihr den Gutscheincode Lage der Nation, in einem Wort, Lage der Nation eingebt auf korodrogerie.de. Alle Infos und den Gutscheincode findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Werbung. Und da sind wir wieder und kommen auch in dieser Woche zum Thema Corona. In dieser Woche gab es nämlich fast 20.000 Neuinfektionen täglich. Jedenfalls war das die Zahl, die gestern bekannt gegeben würde. Und dementsprechend füllen sich natürlich auch, wenn auch mit einer gewissen Verzögerung inzwischen die Betten auf den deutschen Intensivstationen von gut 21.000, die da grundsätzlich bereitstehen und auch hinreichend Pflegekräfte haben, sind nur noch gut 7.000 frei. So jedenfalls ergibt es sich aus diesem berühmt-berüchtigten Divi-Register. Genau, das war abzusehen. Und die Ergebnisse der aktuellen Beschränkungen, die werden wir frühestens so in 10, 14 Tagen sehen, weil das einfach natürlich alles so seine Zeit braucht, bis wir das da sehen, bis die Infektionen vielleicht runtergehen. Und auch die Labore sind jetzt sehr ausgelastet. Also die klagen wirklich, ächzen unter der Arbeit und beklagen sich, dass wirklich auch die Kapazitäten knapp werden, die Ausrüstung knapp wird und sie wirklich zu 100 Prozent ausgelastet sind. Und wenn dann jetzt irgendwie noch irgendwo Ausbrüche kommen oder andere Krankheiten, Grippe etc., dass dann einfach kein Platz mehr ist, keine Testkapazitäten in den Laboren mehr dastehen. Und deswegen hat das Robert-Koch-Institut jetzt die Teststrategie geändert. Es werden jetzt nur noch erkrankte Menschen getestet und da auch nicht alle. Nur wenn Patienten schwere Atemwegsbeschwerden hat oder Störungen des Geruchs und Geschmacks sind, soll noch getestet werden. Also das bedeutet in der Praxis dann, dass Menschen, die nur leichtere Erkältungssymptome haben, eben normalerweise eher keinen Test mehr bekommen. Es sei denn, sie hatten eben Kontakt zu einem bestätigten Covid-Kranken oder es besteht sonst der Verdacht, dass sie Teil eines größeren Clusters sind. Stichwort Nachverfolgung von Kontakten. Oder natürlich, wenn sie zu einer Risikogruppe gehören oder letzte Möglichkeit, wenn sie beruflich viel Kontakt zu gefährdeten Menschen haben. Momentan ist ja gerade so ein bisschen das Abwarten eigentlich. Was passiert mit diesen Beschränkungen? Haben die irgendeine Auswirkung? Das wird sich erst in so ein paar Tagen rausstellen. Ich habe aber noch mal mir angehört, diesen Corona-Update-Podcast vom NDR, der lange als Drosten-Podcast bezeichnet wurde. Ist er ja aber nicht mehr, weil jetzt Drosten nur alle zwei Wochen auftritt. Und dazwischen Sandra Ziesek seit September dabei ist. Sie ist Direktorin des Instituts für medizinische Virologie in Frankfurt. Genau. Und ich finde die ehrlich gesagt total gut, Philipp. Also ich habe mich sehr gefreut, dass ich sie zum ersten Mal gehört habe. Ich war vor ein paar Wochen mal auf Reisen und habe da ein bisschen Zeit gehabt, so in Ruhe mal andere Podcasts zu hören. Und ich fand, die hat das richtig gut gemacht. Auch wissenschaftlich klang mir das sehr, sehr plausibel. Aber du hast mal rausgefunden, die musste massiv Kritik einstecken. Ja, die wurde am Anfang ganz schön angefahren. Also ich habe da so ein, zwei Interviews gelesen. Im Spiegel vor allen Dingen ist auch verlinkt. Also wo die wirklich ganz schön angegangen wurde und ganz schön angepöbelt wurde. Jetzt kann man natürlich sagen, mein Gott, ja, Journalisten müssen halt irgendwie Interviews ein bisschen interessant gestalten. Und zu einer Strategie beim Interview kann auch gehören, ein bisschen zu provozieren und herausfordernd zu sein. Aber der Spiegel fragte sie dann so, ihnen ist schon klar, dass sie Quotenfrau sind? Und ob sie plane, den Podcast spannender zu gestalten, da eher nach Volkshochschule klingt, da muss man sagen, ich podcaste ja seit 2005. Und Erfahrung ist, jeder und jede braucht Zeit. Auch die besten Leute brauchen eine Eingewöhnungszeit, um sich zu finden, um die Rolle in so einem Ding zu finden. Wer bin ich da eigentlich? Wie fühlt sich das an? Die Formate brauchen Zeit, die Protagonistinnen brauchen Zeit. Einfach, um sich da ein bisschen zurechtzufinden und seine Rolle einfach so zu finden. Und jetzt den letzten Podcast, den fand ich sehr interessant, weil ich das Gefühl habe, dass Frau Zizek da sich jetzt so reingefunden hat und so ein bisschen ihre eigene Stimme auch gefunden hat. Und ich empfinde den großen Mehrwert eigentlich insgesamt, wenn Wissenschaftlerinnen Sachen erklären, aber bei ihr in der letzten Folge jetzt vor allen Dingen, dass sie halt in der Lage ist, zu erklären, was Studien taugen. Weil das ist eine Sache, finde ich, wo ich und ich denke, viele andere Laien auch wirklich regelmäßig überfordert sind. Man kann sich irgendwelche Studien angucken. Aber zu beurteilen, ob diese Studie jetzt taugt, wie valide die ist, ob die Vergleichsgruppe taugt oder nicht, wenn denn eine da ist und so, das finde ich extrem schwer. Und ich bin sehr dankbar, wenn das entweder gute Journalistinnen machen, Wissenschaftsjournalistinnen oder eben solche Wissenschaftlerinnen wie Frau Zizek. Und das hat sie doch, finde ich, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Indem sie ja auch in dieser Woche zum Beispiel mal für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcast deutlich gemacht hat, was denn eigentlich mit diesem schönen Begriff Risikogruppe gemeint ist. Eine Risikogruppe hat ja in den letzten Wochen immer wieder für Diskussionen gesorgt, dieses Stichwort, weil es Menschen gab, die ernster vertreten haben. Man könne auf Corona-bedingte Einschränkungen auch verzichten. Man müsse ja einfach nur diejenigen Menschen gut schützen, die eben Teil einer sogenannten Risikogruppe sind, bei denen also typischerweise davon auszugehen, ist, dass eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zu einer schwerer verlaufenden Covid-19-Erkrankung führt. Und das hat sie sich mal genauer angeguckt, was eigentlich diese Risikogruppen sind. Ja, genau. Wir haben das jetzt noch mal reingenommen. Wir haben ja in den letzten Folgen auch schon drüber geredet. Aber das ist einfach eine Argumentation. Also sagen wir mal so, wenn irgendeine Gegenargumentation gegen die aktuellen Beschränkungen kommt, dann ist das Argument ganz häufig verbunden mit, wir müssen Risikogruppen schützen. Und dann haben die anderen mehr Platz und mehr Freiheit. Genau. Und deswegen ist natürlich spannend zu erfahren, wer gehört denn da eigentlich dazu? Ist denn das realistisch? Man denkt immer so, Risikogruppe, ja, Risikogruppe. Na gut, okay, da sind ein paar Kranke und ein paar alle. Und die schützen wir dann. Aber sie hat das halt noch mal anhand dieser Studie des Wissenschaftlichen Instituts der AOK auseinandergenommen. Und die AOK, wissen wir, große Krankenkasse, sehr viele Menschen, die dort versichert sind, die haben sich ihre Zahlen angeguckt. Wer bei uns hat eigentlich solche Vorerkrankungen und zählt damit zur Risikogruppe? Und hat dann hochgerechnet auf die gesamte Bevölkerung. Also wenn das bei uns so und so viele sind, dann können wir davon ausgehen, dass das bundesweit so und so viele sind. Und da sind die auf Zahlen gekommen. Fast 22 Millionen Menschen zählen demnach in der Bundesrepublik aufgrund von Vorerkrankungen zu dieser Risikogruppe. Und das ist noch konservativ gerechnet. Weil die nur gesagt haben, Vorerkrankungen haben nur Menschen, die auch Medikamente nehmen. Nur die zählen wir zu dieser Gruppe der Menschen mit Vorerkrankungen. Also ein Asthmatiker zum Beispiel, der zwar Asthma hat, aber jetzt kein Asthma-Spray benutzt, der fällt schon da raus. Fällt schon raus. Auch andere Gruppen, Schwangere zum Beispiel. CDC, also diese amerikanische Gesundheitsbehörde, hat jetzt kürzlich auch Schwangere zu Risikogruppen gezählt. Das heißt nicht, dass alle Schwangeren jetzt Angst haben müssen. Aber wenn man eine schwangere Frau mit 30 vergleicht mit einer 30-jährigen Frau, die nicht schwanger ist, dann hat halt die Schwangere ein leicht erhöhtes Risiko, Corona zu kriegen. Das heißt nicht, dass sie jetzt so hoch risikobehaftet ist wie eine 80-jährige Asthmatikerin. Aber es gibt eben ein erhöhtes Risiko. Und deswegen hat die CDC Schwangere auch auf die Liste gesetzt. Oder übergewichtige Menschen zählen auch zu der Risikogruppe. Das heißt, diese 22 Mio. Leute, die da zu einer Risikogruppe zählen, das ist noch konservativ gerechnet. Wahrscheinlich sind es dann eher 30 Mio. Aber mal ganz ehrlich, das macht doch im Grunde nur deutlich, dass eine auf diese Menschen fokussierte Schutzstrategie von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Einfach, weil es viel zu viele Menschen sind. Du kannst ja nicht mehr als ein Viertel der deutschen Bevölkerung sinnvoll abtrennen vom Rest der Bevölkerung. Also du kannst das vielleicht theoretisch noch mit Menschen, die in Altenpflegeeinrichtungen leben. Das mag vielleicht noch funktionieren, dass man die irgendwie vom Rest der Bevölkerung weitgehend abschirmt. Aber das ist schon schwierig, wenn man dann im Zweifel auch die Pflegekräfte da mehr oder weniger mit einmauern müsste. Oder die betreuenden Personen da mit einmauern müsste. Und selbst da gibt es schon massive technische Probleme. Und ich meine, wie soll das funktionieren? 22 Mio. Menschen, die natürlich zum Teil auch in systemrelevanten Berufen arbeiten. Wie sollen die denn alle isoliert werden? Ja, zumal es auch lokal unterschiedliche Klasterungen gibt. Es gibt irgendwie Bereiche, Orte, Kreise. Da sind 40, 50 Prozent der Menschen zu dieser Risikogruppe. Obzählend. Also wie soll das funktionieren? Ich fand das einfach ganz interessant, dass wir irgendwie ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung hier Risikogruppen sind. Und das macht doch schon noch mal deutlich, wie schwierig das ist. Und das schlägt auch die Brücke zu diesem Vorschlag, den Henrik Streeck, dieser Leiter der Virologie an der Uni Bonn, in der vergangenen Woche oder war es schon vor zwei Wochen, letzten Mal hatten wir das in der letzten Lage gemacht hat, zusammen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, also dieser Vereinigung der niedergelassenen Ärzte, die im Kern eben gesagt haben, wir müssen Risikogruppen schützen und die irgendwie versorgen. Und dann hat der Rest der Bevölkerung mehr Freiheiten. Und das Interessante daran ist zweierlei. Erstens, diese Stellungnahme wurde so präsentiert mit den Namen zahlreicher fachärztlicher Verbände. Virologen und, und, und. Also das machte so den Eindruck, als stünden hinter dieser Erklärung maßgebliche fachärztliche Vereinigungen. Ja, also der Eindruck, der ganz offensichtlich erzielt werden sollte, war, die deutsche Ärzte und Ärztinnenschaft steht im Prinzip unisono hinter diesem Papier. Das war der Eindruck, der ganz kalkuliert erzielt werden sollte. Genau, Tatsache war aber zugestimmt. Und mit dabei war eigentlich nur ein Dachverband. Und viele fachärztliche Verbände, die unter diesem Dachverband organisiert waren, wurden dann mit auf dieses Papier gesetzt. Und haben sich dann aber danach, nicht alle, aber doch in maßgeblicher Größenordnung und Anzahl davon distanziert. Und haben gesagt, damit wollen wir nichts zu tun haben. Davon wussten wir nichts. Wir haben aus den Medien erfahren. Wir gehören nicht dazu. Die andere Debatte, die in Sachen Corona hochgekommen ist, ist diese Frage, wie sieht das mit der rechtlichen Grundlage aus? Da hat sich sogar die Unionsfraktion oder maßgebliche Leute in der Unionsfraktion in den Chor eingereiht, der sagt, ja, das mag so alles schon okay sein, was wir machen. Aber wir brauchen da eine bessere Grundlage dafür. Dieser eine Satz in Paragraf 28 vom Infektionsschutzgesetz, der reicht eben nicht. Der da sagt, die zuständigen Behörden müssten die notwendigen, Zitat, die notwendigen Schutzmaßnahmen ergreifen. Und dass auf diesen Satz, in diesem Paragrafen, in diesem einen Gesetz all diese Einschränkungen der Grundrechte basiert, das sei zu wenig. Wie siehst du das? Ja, das ist in der Tat ein großes Problem. Wir hatten das in der Lage auch schon verschiedentlich angesprochen. Ich habe da vor kurzem auch einen kleinen Aufsatz zu veröffentlicht in einem Sammelband. Recht gegen Rechts heißt er, der unter anderem von Ronen Steinke mit herausgegeben wird, Innenpolitikredakteur der Süddeutschen Zeitung, den wir hier vor ein paar Wochen ja auch im Interview hatten, zur Gewalt gegen Juden in Deutschland. Ronen Steinke und ein paar MitstreiterInnen haben diesen Sammelband Recht gegen Rechts rausgegeben und mich da auch gefragt, ob ich nicht genau zu diesem Punkt mal was schreiben möchte. Deswegen habe ich dazu tatsächlich auch eine Meinung. Ja, also ich sehe da auch ein großes Problem. Und zwar nicht so ich nur persönlich, sondern ich denke, dass sich das auch sehr gut zurückführen lässt auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Nämlich zu der Frage, was kann im Wege von Verordnungen entschieden werden und was muss der Gesetzgeber durch sogenanntes Formelles Gesetz entscheiden? Also durch ein Gesetz, das tatsächlich vom Parlament beschlossen wird. Und diese sogenannte Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts bedeutet, dass der Gesetzgeber die für die Ausübung von Grundrechten wesentlichen Entscheidungen selbst treffen muss. Und das bedeutet in der Praxis Kleinigkeiten, Details. Ja, keine Ahnung. Wie muss das Formular aussehen, auf dem ich meine Steuererklärung abgebe? Ja, solche Details, gerade so technische Fragen, die kann das Parlament quasi delegieren an die Regierung. Ja, das funktioniert ja so. Das Parlament beschließt eine sogenannte Verordnungsermächtigung, so wie diesen Paragraphen 28 Infektionsschutzgesetz. Da steht dann drin, die Behörden oder zum Beispiel die Landesregierung werden ermächtigt, die notwendigen Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dann ist das Grundprinzip der Gesetzgeber. Das Parlament beschließt die sogenannte Verordnungsermächtigung. Und auf dieser Grundlage werden dann die Verordnungen von der Exekutive, von der Regierung, von Behörden erlassen. Und das geht eben nur so weit, wie die wesentlichen Entscheidungen in der Verordnungsermächtigung stehen und quasi die technischen Details, die praktische Abwicklung dieser wesentlichen Entscheidung dann in der Verordnung drinstehen. Also müsste quasi in diesem Gesetz viel genauer geregelt sein, wie, nach welchen Prinzipien oder so gegen die Pandemie vorgegangen werden muss? Oder was müsste da drinstehen? Man kann da alle möglichen Theorien in den Raum stellen, was denn jetzt in diesem Fall der Pandemiebekämpfung die wesentlichen Entscheidungen sind. Aus meiner Sicht wären die wesentlichen Entscheidungen immer die, oder was heißt meine Sicht, das Bundesverfassungsgericht macht es immer daran fest, was für die Ausübung von Grundrechten wesentlich ist. Das muss der Gesetzgeber selber entscheiden. Das würde aus meiner Sicht in diesem Fall bedeuten, dass der Gesetzgeber auf Bundesebene quasi einen Katalog möglicher Antipandemie-Maßnahmen beschließen müsste. Also ich würde erwarten, dass in einem novellierten Paragrafen 28 Infektionsschutzgesetz drin diese Grundregel vielleicht sogar drinsteht. Die Behörden können die notwendigen Schutzmaßnahmen ergreifen. Insbesondere kann im Fall einer Pandemielage mit einer bestimmten Gefährlichkeit, das müsste man einfach genau ausführen, folgende Maßnahme getroffen werden. Und dann würde man denken, die Schließung von Betrieben, die Schließung von Schulen, die Schließung von Restaurants. Reisebeschränkungen. Reisebeschränkungen, Beherbergungsverbote, weiß der Geier. Also ich würde erwarten, dass der Bundesgesetzgeber einen Katalog denkbarer Maßnahmen zumindest auflistet. Das wäre die absolute Minimalregelung. Natürlich würde man immer so eine Generalklausel wie die notwendigen Schutzmaßnahmen drinstehen lassen, damit jetzt eben auch für zukünftige auftretende Bedürfnisse irgendwie Raum ist. Aber man würde das ergänzen. Typischerweise ist die Regelungstechnik dann über insbesondere. Also man lässt eine Generalklausel drin und schreibt dann aber insbesondere kann das und das und das passieren. Und dann ist einfach klar, dass diese insbesondere möglichen Dinge eben vom Gesetzgeber in den Blick genommen worden sind. Priorisiert sind sozusagen. Nee, priorisiert gar nicht mal unbedingt. Die Idee dabei ist, dass der Gesetzgeber das vor Augen hatte. Dass der Gesetzgeber sich überlegt hat, ja, wir finden es okay, wenn zum Beispiel Schulen geschlossen werden. Auch wenn damit natürlich Grundrechtseingriffe, keine Ahnung, in die Bildungsfreiheit zum Beispiel verbunden sind. Wir finden es okay, wenn Demonstrationen, Versammlungen nur noch unter bestimmten Auflagen möglich sind. Zum Beispiel Teilnehmerbeschränkungen oder Abstandsgebote oder so. Auch wenn das ein Eingriff ist in Artikel 8 des Grundgesetzes. Darum geht es. Der Gesetzgeber soll die wesentliche Entscheidung selber treffen. Das bedeutet vor allem, dass er sich das quasi mal vor Augen geführt hat, welche Grundrechtsbeschränkungen damit eigentlich verbunden sind. Da gibt es dann ja zum Beispiel auch das sogenannte Zitiergebot, was wiederum das flankiert. Also wenn der Gesetzgeber einfach nur eine pauschale Generalklausel reinschreibt, die notwendigen Maßnahmen, dann ist damit natürlich null Reflexion verbunden, was das im Einzelfall bedeutet. Wenn du aber reinschreibst, insbesondere können auch für Demonstrationen oder für Versammlungen Auflagen beschlossen werden, die die Zahl der Teilnehmer und die Abstände und das Maskentragen betreffen, dann weißt du als Gesetzgeber, dass du dieses Grundrecht einschränkst. Und dann muss man bei manchen Grundrechten auch zum Beispiel in das Gesetz ausdrücklich reinschreiben, dass dieses Gesetz in Grundrechte eingreift. Okay. Also die Debatte flammt jetzt wieder auf, weil man am Anfang der Pandemie im März gesagt hat, okay, wir wissen alle nicht so genau, was da auf uns zukommt. Klar ist, wir müssen jetzt irgendwie schnell was machen. Und da wurde das so im Allgemeinen akzeptiert. So diese breite Erlaubnis. Ja, die Behörden können das Nötige erst mal machen. Aber jetzt, da man mehr weiß über die Pandemie, da wir Zeit ins Land gestrichen ist, wir viel debattiert haben, sind die Erwartungen an solche Grundrechtseinschränkungen einfach höher. Ja, so kann man das sagen. Also dass der Gesetzgeber jetzt im März nicht irgendwie die Hände in Schoß gelegt hat und dass erst mal solche Anti-Corona-Verordnungen beschlossen worden sind. Das ist ja auch von den Gerichten akzeptiert worden. Aber man muss einfach sagen, jetzt sind wir sieben, acht Monate weiter. Und inzwischen könnte man sich schon eine differenziertere Grundlage im Infektionsschutzgesetz vorstellen. Und also Herbert Brandl zum Beispiel, Urgestein der Süddeutschen Zeitung, schreibt ja auch, dass er der Meinung ist, dass ein Satz im § 28 Infektionsschutzgesetz als Grundlage eben nicht reicht, um schwere Grundrechtseingriffe zu rechtfertigen. Und inzwischen würde ich auch sagen, das geht so nicht mehr. Und dass der Gesetzgeber an dieser Stelle einfach nichts macht oder jedenfalls so lange nichts gemacht hat, das schafft ein aus meiner Sicht völlig überflüssiges Risiko, dass dann tatsächlich mal Gerichte irgendwann sagen, nein, das ist nicht mehr okay. Ihr hattet wirklich Zeit genug, die Verordnungsermächtigung im Infektionsschutzgesetz nachzuschärfen. Das bedeutet übrigens nicht, dass die Maßnahmen quasi als solche nicht mehr getroffen werden könnten. Sondern es geht einfach nur darum, dass die quasi demokratische Legitimation der Grundrechtseingriffe dadurch verbessert wird, dass sie jedenfalls im Grundsatz durch ein formelles Gesetz vorgesehen sind. Und das ist ja letztlich auch eine Antwort, zumindest ein Teil der Antwort auf diese Forderung, dass die Parlamente mehr in diese Corona-Maßnahmen eingebunden werden müssen. Gibt es ja verschiedene. Wolfgang Meckel vom WZB in Berlin hat das ja auch gefordert. Und das wäre zum Beispiel so eine Maßnahme, dass der Bundestag sich hinsetzt und sagt, pass mal auf, dieses Infektionsschutzgesetz, das regeln wir jetzt mal und da debattieren wir jetzt mal und da überlegen wir mal, welche Maßnahmen denn in Frage kommen, welche wir ausschließen vielleicht auch und so. Ja, mal ganz ehrlich, wenn man diese Regelungstechnik verwenden würde, die ich jetzt vorgeschlagen hatte, man lässt die Generalklausel drin und schreibt dann einen Satz danach, insbesondere, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist doch jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Arbeit. Dann kann man im Wesentlichen abschreiben, was in den Corona-Verordnungen jetzt so alles drin ist. Wir wissen ja nach sieben, acht Monaten, auf welche kreativen Ideen wir so gekommen sind. Da schreibt man das halt rein, was sich bewährt hat und schon hat man eine deutlich bessere demokratische Legitimation. Noch ein kleiner Nachtrag, der Fairness halber. Ich hatte ja hier letzte Woche von einer Freundin erzählt, die mir freudestrahlend erzählte, Corona-Party, ach nee, Halloween-Party. Dass sie freudestrahlend erzählte, dass sie Halloween eine schöne Party feiert und so. Und jetzt fühlte sie sich, glaube ich, so ein bisschen ertappt. Hallo. Und fragte so, hast du mich gemeint? Fühlst du dich angesprochen? Und sie dann so, ja, aber ist ja auch abgesagt. Also die Corona-Party, die Halloween-Party wurde abgesagt. Und das ist natürlich vorbildlich. Wir müssen 75 Prozent der Kontakte beschränken. Und da ist einfach für solche Partys kein Platz. Überlegt euch zweimal, wen ihr trefft. Und vor allen Dingen, ob dieser Kontakt jetzt sein muss. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Und das ist leider auch ein sehr unerfreuliches. Wir müssen nämlich über Terroranschläge berichten, die es in den letzten Tagen gegeben hat. Und zwar zuletzt in Wien und zuvor zweimal in unserem schönen Nachbarland Frankreich. Eine ganze Reihe von Terroranschlägen haben zu einer Debatte geführt, ob wir es mit einer neuen Welle islamistischen Terrors in Europa zu tun haben. Auch der Bundestag hat diese Frage heute in einer sogenannten Aktuellen Stunde diskutiert. Philipp, und wir haben jetzt zunächst mal uns gedacht, wir tragen mal die drei vielleicht prominentesten Fälle zusammen. Einfach, damit wir alle eine Grundlage für die Diskussion haben. Tat 1 war ... Ja, das musst du machen, weil ich kann diesen Namen nicht ausbrechen. Also jetzt hast du natürlich die Leute hochgehängt. Ich denke, der Ort heißt Conflon-Saint-Honorin. Okay, das ist der Schauplatz am 16. Oktober. Einer sehr traurigen Tat, der aus Tschetschenien stammende Abdoulak A. enthauptete in dem Pariser Vorort den Lehrer Samuel Paty. Paty hatte im Unterricht beim Thema Meinungsfreiheit diese Mohammed-Karikaturen gezeigt, die in der Zeitschrift Charlie Hebdo veröffentlicht worden waren. Und dieser 18-jährige Täter stand eben laut französischen Geheimdiensten mit Dschihadisten in Syrien auch im Kontakt. Also das hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Natürlich auch wegen der Brutalität dieser Tat. Enthauptung, das ist wieder ein klassisches Beispiel dafür, was Terror eben im Wortsinne bedeutet. Schrecken erzeugen. Und natürlich eignet sich dazu eine Tat ganz besonders gut, wo einfach schlicht und ergreifend jemand den Kopf verliert. Hintergrund ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Zum einen, was hat es mit Charlie Hebdo auf sich? Charlie Hebdo ist eine französische Satire-Zeitschrift, die eben vor allem Karikaturen abdruckt. Das ist ein absolutes Urgestein. In der französischen Presselandschaft, als ich in Frankreich studiert habe, waren im Grunde alle Leute Charlie Hebdo-Fans. Das liest wirklich jeder, der sich irgendwie so ein bisschen für politische Debatten interessiert. Genau wie den Canard en Cheney. Das ist auch so eine Satire-Zeitschrift. Vielleicht so vage vergleichbar mit der Titanic in Deutschland. Und wie seit Partie hatte sich jetzt eigentlich diese Mohamed-Karikaturen gar nicht wirklich zu eigen gemacht. Sondern er hat sie einfach nur als Beispiel dafür gebracht, was man in einem laizistischen Staat, also in einem Staat mit einer klaren Trennung zwischen Staat und Kirche zum einen und in einem Staat, in dem die Meinungsfreiheit etwas gilt, zum anderen akzeptieren muss. Er hat nicht gesagt, ich finde die super. Sondern er hat nur gesagt, hier, schaut euch das an. Das hat Charlie Hebdo abgedruckt. Und das muss in Ordnung sein. Und das ist leider Gottes alles andere als selbstverständlich, dass das in Ordnung ist. Denn zweiter Punkt zum Hintergrund, Charlie Hebdo ist vor einigen Jahren Opfer eines brutalen Mordanschlags geworden. Also da ist mindestens ein Täter, ich weiß nicht mehr, vielleicht waren es auch mehrere, mit Sturmgewehren in die Redaktion gelaufen. Zwei. Zwei Täter waren es damals. 2015, am 7. Januar. Genau. Da sind also zwei Täter in die Redaktionsräume von Charlie Hebdo eingedrungen und haben da mit Sturmgewehren einen Teil der Redaktion ermordet. Das heißt also, das ist für die französische politische Kultur ein extrem harter Schlag gewesen. Eine echte, wirklich eine unglaubliche Provokation durch damals auch schon islamistische Terroristen. Und das hat, wie gesagt, Samuel Patti zum Anlass genommen, darüber im Unterricht mit seinen SchülerInnen zu diskutieren. Und das wiederum hat an der Schule schon zu einer riesen Diskussion geführt. Also weil nämlich insbesondere Eltern mit muslimischem Hintergrund sich maßlos aufgeregt haben darüber, dass solche Karikaturen im Unterricht überhaupt gezeigt werden können. Das war der erste Fall, den wir hier erwähnen wollen. Und der zweite hat sich in Nizza vor einer Woche ereignet. Da gab es eine Attacke in der Kirche Notre-Dame, bei der zwei Menschen getötet wurden und dann später noch ein weiterer Mensch getötet wurde. Und der mutmaßliche Täter, Brahim A., ist von der Polizei schwer verletzt worden und befindet sich jetzt, glaube ich, im Krankenhaus. Brahim A. stammt aus Tunesien. Die SZ schreibt, dass der 21-Jährige im September mit anderen Migranten und Migrantinnen über die italienische Lampedusa in die EU eingereist sei. Und die SZ vermutet, Brahim A. komme aus einfachen Verhältnissen. Der Bruder habe gesagt im Fernsehen, Brahim A. sei erst Mechaniker gewesen und habe dann an der Tankstelle gearbeitet. Aber so schreibt die SZ in Tunesien, rätsele die Familie derzeit, wann sich Brahim A. radikalisiert haben könnte. Wir stehen hier alle unter Schock, heißt es. In terroristischen Kreisen habe Brahim nie verkehrt. Also mit anderen Worten, eine Radikalisierung unter dem Radar. Selbst seine Familie will davon jedenfalls nichts mitbekommen haben. Da sind noch zwei weitere Männer in den 30ern in Polizei gewahrsam. Ob das seine Komplizen sind, ist ziemlich unklar. Könnte auch sein, dass der Typ als einsamer Wolf gehandelt hat. Was ja tatsächlich auch eine typische Strategie des sogenannten Islamischen Staates ist. Also Menschen einzuschleusen, die dann einzeln quasi zuschlagen. Das heißt einzuschleusen, aber zumindest so eine Strategie zu fahren. Wir haben keine zentrale, koordinierte Terrorzentrale, sondern fordern alle auf, da zuzuschlagen, wo sie es gerade für richtig halten. So, und die dritte Tat, die wir zu vermelden haben, geschah eben jetzt vor wenigen Tagen in Wien am 3.11. In der Innenstadt eröffnet jemand, ein Radikaler, das Feuer auf Passanten, feuert wild um sich. Vier Menschen werden getötet. Und ein Polizeibeamter, der sich einem dieser Täter in den Weg gestellt hat, wurde angeschossen und verwundet. 22 weitere Menschen sind zum Teil schwer verletzt worden. Einige davon schweben weiter in Lebensgefahr. Und man kann sich das leicht vorstellen. Ja, das war an einem Sonntagabend. Das war der letzte Abend, genau wie in Deutschland, auch vor einem partiellen Lockdown. Mildes Wetter. In Österreich. Und ganz viele Menschen saßen da auch zum Beispiel in Straßencafés. Und da gibt es so einen wunderschönen Namen dafür. Philipp, fällt dir dir gerade ein? Für Straßencafés in Wien, da gibt es so ein wunderschönes österreichisches Wort. Da fällt mir leider gerade nicht ein. Irgendwie Schornigarten oder so ähnliches. Das klingt super authentisch. Um Gottes Willen, ja. Jedenfalls, ja, ich finde das Wort so viel hinreichend. Ich mag ja überhaupt den Wiener Dialekt so gerne. Egal. Jedenfalls. Also in Wien haben wir jetzt jedenfalls keine Hörer mehr. Schickt uns mal, wenn ihr Lust habt, schickt uns mal eine Audioaufnahme. Wir spielen das beim nächsten Mal. Und geloben Besserung. Jedenfalls wurde der Attentäter von der Polizei erschossen. Dann stellte sich raus, er hatte einen österreichischen und einen nordmazedonischen Pass. War mit einem Sturmgewehr bewaffnet. Und hatte außerdem noch so eine Attrappe eines Sprengstoffgürtels am Leib getragen. So wie wir das aus Attentaten in Israel vor allem kennen. Das Innenministerium sagte, er sei ein Einzeltäter gewesen. An dem Abend sah es erst ein bisschen anders aus. Auf Twitter und so hieß es irgendwie mehrere Täter flüchtig. War aber wohl nur einer. Und die Debatte ist ja mittlerweile entbrannt und richtet sich kritisch an die Behörden. Denn dieser Tatverdächtige, der war im April 2019, also vor anderthalb Jahren, zu 22 Monaten Haft verurteilt worden. Weil er versucht hatte, sich dem islamischen Staat in Syrien anzuschließen. Und im Dezember, also dreiviertel Jahr später, ist er dann aber vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Und der österreichische Verfassungsschutz hat dann nach Angaben der SZ nach der Haftentlassung die Observierung des spät mutmaßlichen Täters eingestellt. Einige im Innenministerium in Österreich und in der Polizei sagen, der hat sich offenbar unbemerkt radikalisiert. Und das ist halt die große Frage, ob das wirklich so unbemerkt geschehen ist. Denn der Anwalt, der ihn 2019 vor Gericht vertreten hat, sagte WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung, er war ein junger Mann, der seinen Platz im Leben gesucht hat und der offensichtlich an die falschen Leute geraten ist. Und die Zweifel daran, ob das wirklich alles so unbemerkt passiert ist, diese Radikalisierung, die werden dadurch genährt, dass dieser Tatverdächtige zuletzt der slowakischen Polizei aufgefallen ist. Ja, ganz genau. Hat er nämlich offenbar versucht, Munition für seine automatische Waffe, eine Zastava M70 aus Serbien zu kaufen. Und das war genau die Waffe, die er dann später nach Erkenntnissen der Ermittler in Wien einsetzte. Die slowakische Polizei hat diesen Versuch, Munition zu kaufen, auch sofort nach Österreich gemeldet. Und dort heißt es dann so schön vom Innenminister Nehammer, Zitat, in den weiteren Schritten ist hier offensichtlich in der Kommunikation etwas schiefgegangen. Auf Deutsch, die österreichischen Behörden haben diesen Hinweis verschlampt. Genau, und dann gibt es noch eine Debatte darüber, weil das Innenministerium und die Polizei sehr kurz nach der Tat 15 Hausdurchsuchungen durchgeführt hat. Gibt es in Zeitungen Berichte, die darauf hinauslaufen, dass sie sagen, na ja, da waren offensichtlich in Wien Aktionen gegen Islamisten geplant. Und die Zeitungen berichten, vielleicht hat der mutmaßliche Attentäter Wind von diesen Aktionen bekommen und seine Aktionen vorgezogen. Wie soll das, so sagen die Zeitungen in Wien, wie soll das anders zu erklären sein, dass sofort nach der Tat so viele Hausdurchsuchungen passiert sind. Also da ist eine Debatte darüber entstanden, was wusste die österreichische Polizei, wo sind Informationen verloren gegangen und hätten sie diesen Mann nicht besser im Auge haben sollen. Und diese Diskussion, die kennen wir irgendwo. Die Diskussion kennen wir, genau dasselbe ist ja nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz vor einigen Jahren auch hochgepoppt. Da stellte sich raus, viel zu viele Behörden hatten so ein bisschen in diesem Topf mitgerührt, aber keiner hatte das sogenannte Big Picture. Und deswegen ist ja eine der zentralen Forderungen in der Lage, seit ewig und drei Tagen, dass man die Zuständigkeiten im Bereich der Terrorismusbekämpfung in Deutschland ganz dringend mal entschlacken müsste. Insbesondere die Verfassungsschutzbehörden sollten sich da raushalten, das ist ein Job für die Polizei. Aber zurück nach Österreich. Dort gab es zunächst mal eine, wie ich fand, sehr vernünftige Reaktion des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Ja, der hat gesagt, die Attacke sei zwar eindeutig islamistisch. Er sagt aber auch, es muss uns stets bewusst sein, dass dies keine Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen oder zwischen Österreichern und Migranten ist. Sondern er sagt, es sei vielmehr ein Kampf zwischen den vielen Menschen, die an den Frieden glauben und jenen wenigen, die sich den Krieg wünschten. Und da ist was Wahres dran. Da ist was Wahres dran. Und ich finde das außerordentlich vernünftig. Denn gerade Sebastian Kurz ist ja auch, wie soll ich sagen, so eines doch manchmal recht aggressiven Flirtens mit rechtsextremen Positionen nicht völlig unverdächtig. Also mit anderen Worten, da geht es schon mal ziemlich hart zur Sache gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Und dass er in dieser Situation jetzt eben sich nicht hinreißen lässt, irgendwie gegen den Islam zu stänkern. Sondern dass er ganz klar sagt, wir müssen jetzt mal zusammengefasst, wir müssen versöhnen und nicht spalten. Wir müssen besser integrieren und auf gar keinen Fall eine Frontenbildung zulassen. Christen und Muslime müssen eben friedlich miteinander leben. Das finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Es hat mich sehr gefreut, das zu lesen. Genau. Und die Frage ist jetzt, die wir auch am Anfang gestellt haben, die hat die SZ dann so formuliert, gibt es Muster, die nahelegen, dass die Terrormiliz islamischer Staat die Angriffe koordiniert hat? Gibt es nach den Attacken von 2015 eine zweite Welle des islamistischen Terrors gegen Ziele in Europa? Ja, da muss man natürlich sagen, der Terror war sicherlich nie weg. Es gab natürlich durchgehend einige islamistische Gefährder in Europa. Wir kommen gleich noch zu den näheren Zahlen. Man hat es vielleicht so ein bisschen gehofft, dass mit dem Ende des IS insbesondere auf syrischem Territorium jetzt möglicherweise auch die Gefahr in Europa zurückgegangen ist. Aber man muss auf der anderen Seite natürlich sehen, dass jetzt eine ganze Reihe kampferprobter Menschen, die eben aus Europa zum Beispiel nach Syrien oder in den Irak gegangen sind, um da eben für den Islamismus zu kämpfen, dass die jetzt eben zurückgekommen sind. Und diese Menschen, die stellen potenziell eben auch eine Gefahr dar, wenn sie jetzt meinen, den Dschihad nach Europa tragen zu müssen. Und der islamische Staat ist ja auch nicht verschwunden. Du hast gesagt, auf dem Gebiet Syriens ist ja vielleicht nicht mehr so prominent vertreten und im Irak. Aber viele von diesen Leuten sind nach Afrika in den Jemen gegangen oder kämpfen im Berg Karabach oder so. Oder sonst wo. Die Leute sind ja nicht vom Erdboden verschwunden. Und diese Ideologie ist nicht verschwunden. Und wir werden immer, immer, immer bemitleidenswerte, verlorene Figuren finden, die sich von irgendwelchen Ideologien, wie zum Beispiel dem Islamismus, zu solchen Taten hinreißen lassen. Ja, ganz genau. Das ist nämlich ehrlich gesagt die Sorge, die in mir sofort hochgepoppt ist, als jetzt eben tatsächlich wieder islamistische Anschläge passiert sind, so furchtbar die sind, war meine große Sorge, dass diese Anschläge, die eben von Islamisten begangen werden, nicht von einfach nur Menschen islamischen Glaubens, sondern von, ich sag jetzt mal, durchgeknallten Radikalen, die den Islam missbrauchen als Rechtfertigung für ihre Terrorangriffe. Dass diese Taten möglicherweise von interessierten Kreisen, in Deutschland wäre die AfD insbesondere verdächtig, genutzt werden, um Muslime auszugrenzen oder zum Hass gegen Muslime aufzurufen. Ist das denn passiert? Bislang habe ich den Eindruck, ist das jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit passiert oder nur so in sozialen Medien. Ich habe da relativ wenig von mitbekommen. Aber das ist natürlich immer die Gefahr, wenn also mit religiösen Motiven Anschläge begangen werden, dass es dann tatsächlich auch wiederum zu Übergriffen kommt gegen Menschen desselben Glaubens, auch wenn die überhaupt nicht islamistisch drauf sind. Also ich glaube, das ist eine ganz zentrale Gefahr, dass unsere Bemühungen um gesellschaftlichen Frieden, unsere Bemühungen gerade auch um ein friedliches Zusammenleben von Menschen, die sich überhaupt nicht religiös gebunden fühlen, von Christen und von Muslimen insbesondere, aber natürlich auch von Menschen jüdischen Glaubens, irgendwie hinzubekommen. Es ist völlig klar, es ist eine Banalität. Religionen an sich sind nicht das Problem, sondern es sind Menschen, die aufgrund ihrer Umstände, ihrer Psyche anfällig sind für Ideologien und in der Lage sind, solche extremen Schandtaten zu begehen. Dazu eignet sich aber eigentlich fast jede Ideologie, die extrem interpretiert wird. Und da drängt sich natürlich immer gleich die Frage auf, ja, aber haben wir nicht auch andere Probleme? Gibt es nicht auch Rechtsextreme? Ist das schlimmer nicht als Islamismus? Ist der Islamismus nicht schlimmer als Rechtsextremismus? Ja, genau. Also jetzt in dieser Diskussion kam zum Beispiel der Vorwurf, dass jetzt der Rechtsextremismus quasi so hochgejazzt werde als Problem, aber man deswegen den Islamismus so ein bisschen aus dem Blick verloren hätte. Da würde ich zum ersten Mal sagen, nein, also niemand hat den Islamismus aus dem Blick verloren. Die Verfassungsschutzbehörden zum Beispiel haben jetzt ja nicht aufgehört, Islamisten in den Blick zu nehmen. Vor allem aber, finde ich, lohnt sich einmal der Blick auf die Zahlen. Und da fallen doch schon enorme Unterschiede auf zwischen der Gefahr durch islamistische Gefährder und rechtsextreme Gefährder. Nach Angaben des Bundesministeriums des Innern und für Heimat gibt es zurzeit in Deutschland etwa 615 islamistische Gefährder. Gefährder sind dabei Menschen, denen die Behörden einen schweren Anschlag zutrauen. Etwa 350 von ihnen leben in Deutschland. Die Übrigen sind ausgereist. Auch diese 350, die zurzeit in Deutschland leben, kann man leider nicht komplett überwachen. Da fehlt es einfach am Personal. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Herr Haldenwang, sagt, wir müssen einfach wachsam sein. Nacharmertaten seien nicht unwahrscheinlich. Die Gefährdung sei weiterhin hoch. Aber wie gesagt, 615 Gefährder, davon 350 in Deutschland. So, und wie sieht es jetzt auf der rechtsextremen Seite aus? Da gibt es ungefähr 15.000 gewaltbereite Rechtsextremisten. 15.000. Ich weiß nicht, ob die Messlatte da dieselbe ist. Ob sozusagen die Behörden diesen 15.000 Rechtsextremisten auch einen schweren Anschlag zutrauen. Aber jedenfalls sind es erst mal gewaltbereite Menschen, die jedenfalls gegen einzelne Menschen Gewalt ausüben. Und die Zahl dieser rechtsextremistischen Gefährder steigt kontinuierlich. Wenn man sich das mal überlegt, 600 im Vergleich zu 15.000, das sind schon ganz andere Größenordnungen. Und selbstverständlich gibt es auch Terroristen im rechtsextremen Milieu. Bedenken wir an den NSU, die haben zum Beispiel auch Bombenanschläge verursacht. Ich will nur darauf hinweisen, dass diese Zahlen wahrscheinlich eine Größenordnung vorgeben, aber vielleicht nicht eins zu eins. Naja gut, aber Philipp, das muss man jetzt nicht gesund beten. Der Gefährderbegriff ist derselbe. Der Gefährderbegriff ist, ich meine, der ist jetzt nicht legal definiert. Aber in beiden Kontexten reden Innenbehörden von Gefährdern. Im einen Fall sind es islamistische Gefährder, im anderen Fall rechtsextreme Gefährder. Wie du schon sagst, ob man denen jetzt im Einzelfall einen schweren Anschlag zutraut, weiß man nicht. Aber ehrlich gesagt, ist das auch häufig zufällig, wie krass die Leute dann so drauf sind. Also denken wir an den Anschlag auf das Oktoberfest in München vor inzwischen rund 40 Jahren. Das war auch ein Einzeltäter, der da aber Dutzende von Menschen ganz erheblich verletzt hat und viele getötet hat. Mitunter werden nur einzelne Menschen getötet. Denken wir an den Mordanschlag in Kassel im Sommer 2019 war es. Also das weiß man nie von vornherein. Aber gefährlich sind selbstverständlich auch Rechtsterroristen. Und Horst Seehofer sagt auch, die größte Gefahr derzeit geht von Rechtsterrorismus aus. Das ist derselbe Horst Seehofer, der zum Beispiel meint, man muss nicht untersuchen, ob es ein Problem mit Extremismus bei der Polizei gibt. Also man kann wirklich nicht sagen, dass Horst Seehofer besonders interessiert ist daran, bei Rechtsextremismus aufzuräumen. Und das finde ich mit auch den größten Unterschied auch, dass Rechtsextremisten stärker vertreten sind in deutschen Behörden, in staatlichen Strukturen. Das macht natürlich Rechtsextremismus weitaus gefährlicher. Also in deutschen Behörden gibt es jedenfalls Stand heute keinen einzigen bekannten Islamisten. Der irgendwie, und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die deutsche Polizei jetzt nicht in Gefahr ist, islamistisch unterwandert zu werden. Also das, ich will jetzt natürlich nicht ausschließen, dass es mal einen einzelnen Beamten gibt, der abdreht. Aber jedenfalls, da gibt es kein strukturelles Problem. Rechtsextremisten hingegen sind tief verwurzelt in unserer Gesellschaft. Sie haben ihre Strukturen auch in staatlichen Institutionen, gerade beim Verfassungsschutz, gerade hier und da in der Polizei. Sie sind viel besser finanziert als Islamisten, einfach weil sie eben auf jahrzehntelang gewachsene Netzwerke zurückgreifen können. Und ganz banal haben Rechtsextremisten auch viel mehr Opfer gefordert. Wir haben mehr als 200 Tote durch Rechtsextremisten. Alleine in Deutschland seit der Wende, also seit 1989, 90 zu beklagen. Und natürlich auch ein gutes Dutzend Menschen, die islamistischem Terror zum Opfer gefallen sind. Das will ich überhaupt nicht kleinreden und beschönigen. Aber die Größenordnung ist eine ganz andere. Ja, Faktor 10. Das heißt also, ich glaube, wir sollten Islamismus nicht aus dem Blick verlieren. Aber man muss sagen, die innenpolitisch größte Gefahr geht derzeit eindeutig vom Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus aus. Aber Philipp, trotzdem, ich habe es gesagt, Islamismus nicht aus dem Blick verlieren. Was kann man denn tun, um möglicherweise zu verhindern, dass sich Menschen radikalisieren und sich zum Beispiel vom radikalen Islam faszinieren lassen, anwerben lassen, radikalisieren lassen? Gibt es da, sage ich mal, so ein Profil, wo man sagen kann, das macht Menschen verletzlich oder anfällig? Also, ich habe ja dazu auch mit zum Beispiel Bernd Wagner gesprochen, der so Exit organisiert, also eine Vereinigung oder ein Verein, der Rechtsextremisten hilft, aus diesen Strukturen auszusteigen. Und der sagt, letztlich macht es keinen furchtbar großen Unterschied, ob du Rechtsextremist wirst oder Islamist wirst. Das betrifft halt häufig Menschen, die alleine sind, die isoliert sind von ihrem Sozialraum, die in schwierigen Verhältnissen leben, die sich nicht aufgehoben fühlen und anfällig sind für solche extremistischen Haltungen, die ihnen irgendwie Bedeutung versprechen. Das scheint mir doch ein Muster zu sein, dass du solchen Tendenzen und solchen Taten am besten vorbeugen kannst, indem du eine möglichst gute Integration solcher Menschen hast. Indem du eine Gesellschaft hast, die möglichst gut auf ihre Leute aufpasst, rechtzeitig mitkriegt, wenn Jugendliche, meistens sind es ja Männer, Probleme haben, sich zurückziehen, sich radikal äußern, dass du halt Strukturen hast, um da eingreifen zu können, um mit ihnen reden zu können, um dich quasi in so einer Einzelfallbetreuung mit ihnen beschäftigen zu können. Ja, ich denke auch, also gerade der Blick nach Frankreich macht, glaube ich, sehr gut deutlich, wo tatsächlich das Problem hier liegt. Denn in Frankreich ist es ja schon fast ein Stereotyp, dass solche islamistischen Attentäter eben sehr häufig in den Vorstädten großer Städte aufwachsen und sich da in irgendwelchen großen Betonsilos radikalisieren. Also quasi in so Plattenbausiedlungen, die sich sehr häufig in Frankreich zu sozialen Brennpunkten entwickeln. Ja, den sogenannten Banlieues. Also Banlieue heißt zunächst mal neutral, einfach nur vor Ort. Aber die Banlieues sind inzwischen auch synonym für extrem prekäre Lebensverhältnisse geworden. Einfach weil in diesem Betonbogen, in den Vorstädten, vor allem von Paris und anderen Großstädten wie Marseille, Lyon und so, eben die Lebensumstände sehr schlecht sind. Und da sammeln sich die Menschen, die quasi von der französischen Gesellschaft ausgestoßen sind, die letztlich keine faire Chance bekommen, die schon eine schlechte Schulbildung genießen, auf dem Arbeitsmarkt kaum eine Chance haben. Und ich sage mal, solche Loser, jetzt mal etwas platt zusammengefasst, sind natürlich viel leichter ansprechbar, gerade für islamistische Ideologie. Einfach weil sie von der französischen Gesellschaft insbesondere sich jedenfalls ausgestoßen fühlen. Sie bekommen keine Chance von der Gesellschaft. So wächst Hass gegen die Mehrheitsgesellschaft. Und der lässt sich dann eben sehr leicht auch islamistisch aufladen. Also da muss man, glaube ich, einfach sagen, die beste Präventionsarbeit ist nicht Polizei oder Geheimdienst, sondern die beste Präventionsarbeit ist, dass man Geld in Schulen und Bildung steckt. Zum Schluss noch ein kleiner Programmhinweis in eigener Sache. Ich habe ja noch so einen anderen Podcast, der nennt sich das Interview mit Philipp Anse. Das bin ich, wie ihr wisst. Und ich habe in dieser Woche gesprochen mit Christoph Trautvetter. Der war früher bei der Unternehmensberatung KPMG und ist heute beim Netzwerk Steuergerechtigkeit. Und ich habe mich ausführlich zwei Stunden mit ihm unterhalten über Steuerhinterziehung, Schwarzgeld und auch ganz interessant Sachen erfahren darüber, wie man eigentlich digitale Großkonzerne, die ja keine Fabriken irgendwo rumstehen haben und trotzdem ihre Produkte rund um den Globus verkaufen und dort Umsätze machen, wie man die eigentlich gerecht besteuern kann. Und da geht es um russische Waschmaschinen. Das ist zum Beispiel ganz lustig. Weißt du, was die russische Waschmaschine ist? Da haben Kriminelle aus Russland 10 Milliarden, also weiß man natürlich nicht so genau, aber irgendwie so die Größenordnung, gewaschen in Europa. Und dann ist mal die Frage, ja, wie kriegst du denn das Geld nach Europa? Und einen Teil des Geldes haben sie so legal auf Konten gekriegt, indem sie in Rumänien oder Moldawien Richter bestochen haben. Und dann sind sie dort mit Firmen aufgetreten, die ihnen gehören. Also die eine Firma gehört ihnen und die andere Firma gehört ihnen und die eine Firma verklagt die andere. Und der Richter entscheidet, ja, die eine Firma muss der anderen Firma 300 Millionen Euro Schadenersatz für so einen fingierten Fall zahlen. Dann wandern 300 Millionen Euro rüber auf ein Konto. Die Bank sagt, okay, gibt ja ein Gerichtsurteil. Und so sind also diese 300 Millionen legal auf ein Konto gewandert. Also da sind ganz interessante Sachen. Und was deutsche Bagger mit dieser ganzen Sache zu tun haben, haben wir dann auch besprochen. Unter anderem geht es aber auch darum, dass es halt auch Fortschritte gegeben hat. In dieser Bekämpfung von Schwarzgeld zum Beispiel, wusste ich auch nicht, müssen Schweizer Banken jetzt den deutschen Fiskus melden, wenn Deutsche dort ein Konto haben. Und sie müssen melden, was auf diesem Konto passiert, wie viel Geld da drauf ist und was abgeht. Und er sagt, für Leute mit mittel viel Kohle ist das tatsächlich eine Prävention gegen Steuerhinterziehung. Aber er sagt, wenn du richtig viel Geld hast, dann hast du Schlupflöcher. Weil dir reicht ein zweiter Pass. Also die Banken müssen abfragen, wenn du ein Konto eröffnest, wo zahlen sie denn ihre Steuern? Und wenn du nur einen Pass hast aus Deutschland, musst du den vorlegen. Und dann ist klar, okay, die müssen das nach Deutschland melden. Wenn du aber einen zweiten Pass hast, mit einer zweiten Steuernummer. Von den Bahamas vielleicht. Nennen wir es nicht Bahamas, sondern sagen wir irgendein Land aus der EU, zum Beispiel Zypern, dann kannst du das machen. Genau. Also direkt der Staat verkauft einen Pass. Man muss sich dann bei einer Anwaltskanzlei in Zypern meistens melden. Und die kontrolliert dann, dass man auch ehrlich ist. Und wenn man nicht ehrlich ist, muss man auch mal eine Million draufzahlen. Und dann kriegt man den Ausweis trotzdem. Das wurde gestern auch sehr schön demonstriert. Also wenn jemand kommt mit 2,5 Millionen, dann kriegt er auch einen Termin beim Parlamentspräsidenten in Zypern, der dann dafür sorgt, dass er an den Regeln vorbei seinen Pass trotzdem kriegt. Ja, also mit der richtigen Geldmenge kann man sich so eine Steuer-ID kaufen. Und dann geht man jetzt wieder zu seiner Schweizer Bank. Und die Schweizer Bank muss eigentlich alle Steuer-IDs, also nicht nur eine, sondern alle erfassen. Und die Bank fragt, ja, wo sind sie denn steuerlich ansässig? Dann sage ich so, hier ist mein zypriotischer Pass und meine zypriotische Steuernummer. Und die Bank sagt, haben sie denn noch andere? Und ich sage, nein. Und dann fragt die Bank, aber sie sprechen doch Deutsch. Ist doch jetzt nicht so zypriotisch. Und dann sagt, ne, ich bin nach Zypern umgezogen. Dann sagt die Bank, okay, keine weiteren Fragen. Wir melden nicht. Von diesen Geschichten gibt es eine ganze Menge. Könnt ihr mal reinhören. Das Interview, wo immer ihr Podcast hört. Ja, und in diesem Sinne danken wir euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Erläuterung der Lage der Nation. Ja, all der politischen Ereignisse der vergangenen Woche, die wir für berichtenswert halten und euch zusammengekehrt haben. In diesem Sinne, alles Gute. Habt ein schönes Wochenende. Kommt gut in die neue Woche. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.